Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Maik und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß beim Zuhören. Der MSV Duisburg verliert 2 zu 1 beim FC Ingolstadt und wir befinden uns im Jahre 2021. Und damit herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Pottbolzers 1902 mit Maik und Stefan. Wir wünschen euch, Ihnen und allen, die dazugehören, erstmal frohes neues Jahr nochmal an dieser Stelle, denn es ist die erste reguläre Ausgabe im neuen Jahr. Und um das Spiel ein wenig aufzuarbeiten, auch wenn es uns, können wir schon mal sagen, Achtung Spoiler, sehr, sehr schwer fällt. Auf der einen Seite möchte ich aber, wie immer, natürlich recht herzlich meinen besten Kumpel hier zum MSV begrüßen und sage, schönen guten Tag, schönen guten Abend, lieber Maik. Ja, schönen guten Tag, du beziehungsweise schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, die Pottbolzer-Community. Ja, auch hier natürlich frohes neues Jahr, vor allem auch gesundes neues Jahr, in der Hoffnung der Impfstoffe und das Ganze alle drumherum, dass das alles was bringt. Und wir hoffentlich irgendwann im März, April, Mai, spätestens im Sommer auf jeden Fall, wieder irgendwie zum Alltag zurückkehren. Du hast gesagt, meinen besten Duisbrüch-Kumpel. Ich hoffe doch, dass dein Kellerkind dein bester Duisbrüch-Kumpel ist und er ist Trauzeuge und führende eine Tipprunde. Ja, der weiß schon, wie ich das meine. Nicht, dass er eifersüchtig wird. Nein, der kann das Ganze schon sehr realistisch einschätzen, genauso wie er auch seine Tipps realistisch einschätzen kann. Er weiß nicht, wie er das jedes Mal macht. Aber, nehme ich jetzt auch schon mal vorweg, kommen wir gleich ganz zum Schluss der Sendung nochmal natürlich drauf zurück. Und ich würde sagen, das könnte vielleicht dann doch noch eine enge Kiste werden. Aber nachher viel mehr noch dazu. Trotzdem noch die Frage, vielleicht hat der ein oder andere jetzt nicht unbedingt in unsere Specials reingehört. Wir können ja so eine kleine Produktplatzierung mal eben ganz kurz machen. Wir haben Anfang des Jahres haben wir ein Podbolzer-Quiz rausgebracht, wo wir beide angetreten sind gegen die beiden Kollegen vom RWE, moderiert von Sebastian und von unserem Partner in Spee, dem Michael Höfgen vom Wimpeltausch. Genau, könnt ihr gerne alle mal da reinhören. Und aber auch, wir haben den ersten Teil der, wie nennt man es, der Doku. Ja, würde ich sagen, der 30er-Jahre-Doku. Genau, der 30er-Jahre-Doku, bei uns hier auf dem Kanal veröffentlicht. Und dort sprechen wir über die 90er-Jahre, unter anderem mit Andreas Gierchen, mit Dietmar Hirsch. Also kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz erzählen oder allen Leuten hier so mal einen kleinen Auszug geben, wie geil das war, aus unserer Sicht zumindest, und wie viel Arbeit das war, aber wie viel Spaß das auch gemacht hat, wenn man mal die aktuelle Situation so ein wenig ausklammert. Ja, wie viel Arbeit das war, ist erstmal sekundär. Das braucht die Leute ja nicht zu interessieren. Ich hoffe, dass sie sich von den viereinhalb Stunden nicht irgendwie abschrecken lassen. Denn denkt immer dran, das ist eine zeitlose Geschichte. Die kann man in Ewigkeiten hören. Die kann man sich auch in 30, 40 Jahren theoretisch nochmal anhören, weil das ist ja eine zeitlose Geschichte. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Als MSV-Fan muss man ja sagen, ist man im Querschnitt des Fußballalltags unterwegs. Und der Querschnitt heißt halt, Freude und Leid liegt eng beieinander. Auch in den 90ern hat man natürlich auch ein paar negative Jahre mit Abstiegen. Aber da überwiegen ja eigentlich die positiven Geschichten mit einigen Aufstiegen, vor allen Dingen mit einer konstanten Bundesliga-Zeit zwischen Platz 7 und 9, ein Pokalfinale, wo Dietmar Hirsch ausführlich oder gerade exklusiv, drüber berichten konnte. Und das sind natürlich irgendwo auch Probleme, in Anführungsstrichen, die wir da hatten, unter Friedhelm Funkeln und so. Die wünschen wir uns gerne zurück. Und wer damals gedacht hätte beispielsweise, ja 2020, 2021 sieht so aus, wie es heute aussieht, der hätte es wahrscheinlich noch mehr zu schätzen gerüstet. Denn meistens weiß man sowieso erst in der Nachbetrachtung, ja, wie geil eine Zeit war. Weil man merkt, die erlebt man nicht mehr. Und mal gucken. Also uns hat sehr viel Spaß gemacht. Und Feedback ist klasse. Deswegen hört rein. Macht auf jeden Fall Spaß. Aber wir haben auch in der Sendung festgestellt, es gibt auch Parallelen. Denn nicht nur Kevin Wolze hat Schabernack betrieben, sondern auch Patrick Notthoff angeblich. Laut Andreas Gehichken, du lachst jetzt schon. Ich sollte nicht erzählen. Aber, Maik, was soll ich dir sagen? Das sind ja alles true stories, sage ich jetzt mal, was man so hört. Und kann man sich ja, wie gesagt, den Podcast anhören. Also so viel dazu. Ja, jetzt haben wir gerade über ein paar schöne Dinge gesprochen. Kommen wir nur zum Spiel. Ja. Wir müssen natürlich auch über schwere Kost sprechen. Aber wir haben natürlich auch ein bisschen noch was rund um das Spiel, vielleicht als Einstieg hier mal zu besprechen. Und zwar haben wir ja in der Vorbereitung, in dieser mini kleinen Vorbereitung, haben wir unter anderem gegen Wien-Wiesmann gespielt. Wir haben gegen Rödinghausen getestet. Und wir haben dann letztendlich da gesehen, dass es dann dazu führt, dass wir heute mit folgender Ausstellung gespielt haben, oder die uns dann präsentiert wurde. Eine oder andere Überraschung. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Gab es dann neue Erkenntnisse? Also ich sage jetzt, ich haue jetzt einfach mal einen raus, so nach dem Motto, war vielleicht für Joshua bitter gut, nochmal so Tests zu bekommen, nochmal ein paar Minuten zu bekommen, so wie du es immer sagst, um dann letztendlich heute auch in der Startelf zu stehen. Ja, bezogen auf die Testspiele, meinst du jetzt oder was? Weil Bitter jetzt dann eine Folge von einfach angespielt hat oder Mainz direkt zum Spiel, weil Bitter heute von einfach angespielt hat? Ja, hau einfach mal vielleicht über die zwei, drei Wochen Trainingsgeschichten ein paar raus hier. Ja, also wir haben ja vor dem Jahreswechsel darüber gesprochen, dass man eventuell in der Winterzeit, Trainingsstart war ja 27. Dezember, da hat man dann quasi die Feiertage um Heiligabend da oben freigekriegt, was auch okay ist. Ich denke, da wir trotzdem der eine oder andere vielleicht nochmal einen Lauf gemacht haben. Haben wir dann wieder mit dem Training begonnen und wir haben natürlich gehofft, oder was MC der MSV-Fern gehofft hat, dass wir in der Zeit natürlich ein bisschen was tun können. Wenn man das jetzt auf das Spiel ummünzt, vielleicht dazu, ich meine, Joshua Bitter hat vor allem vor angespielt, dass er heute beispielsweise da 60, 65 Minuten gespielt hat und in den Testspielen auch beispielsweise gegen Wien-Wiesbaden 70 Minuten gespielt hat, ist es, denke ich, ja für die nächsten Wochen gut, dass er die Minuten gekriegt hat. Fürs Spiel heute war es jetzt nicht ganz so dolle, das ist einfach mal vorweggenommen. Und ja, bei der einen oder anderen Personalie stellt man sich natürlich schon irgendwie die Frage klar. Ich meine, die sehen die Mannschaft eben tagtäglich im Training, wir als Zuschauer, als Fans nicht, aber man stutzt natürlich schon. Und man hat natürlich gehofft, dass man sich jetzt ein anderes Gesicht zeigt. Ich habe zum Beispiel 1-1 gespielt heute, in der Hoffnung, dass man beim heimstärksten Team der Liga, das muss man auch nicht vergessen, Ingolstadt heimstärkste Team, was man am Punkt mitnimmt, das wäre ja eine super Sache gewesen. Und Ingolstadt hat jetzt auch nicht so einen frischen Eindruck gemacht. Er hat das Gefühl, er spielt kann nicht gegen Will nicht oder Not gegen Elend. Sicherlich gibt es jetzt auch Leute, die da was Positives abgewinnen vom gesamten Spiel jetzt mal. Tja, weiß ich nicht, tue ich mich schwer mit. Ja, Stefan, übernimm du mal. Ich höre schon raus, wir waren also beide ein bisschen überrascht, weil wir haben ja auch parallel zum Spiel wie immer natürlich geschrieben und getextet. Und dass natürlich jetzt Joshua Bitter in die Startelf rückt, halte ich ja für grundsätzlich okay. Also man hat ihn jetzt über mehrere Wochen und Monate natürlich auch aufgebaut. Er hat auf seiner Stammposition gespielt. Das ist jetzt vielleicht in Kombination mit Sauer, sage ich jetzt mal, davor noch, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man es auch andersrum machen können. Vielleicht, also gerade wenn ich überlege, Sauer die ganze Hinrunde hinten rechts gespielt und ja, eigentlich dann schon ein bisschen auch im Zusammenspiel vielleicht auch mit Schmidt oder mit Gimbales so ein bisschen dran gewöhnt, wenn man ihn nicht unbedingt rausnehmen möchte. Das setze ich jetzt einfach mal voraus, weil sind wir uns auch einig, also bisher ist er auch nicht unentbehrlich. Hätte man vielleicht auch mal was anderes machen können, denn Joshua Bitter lebt natürlich auch von seiner Dynamik und ich glaube, er wäre zum Beispiel mit Blick nach vorne die bessere Variante gewesen. Aus meiner Sicht, das habe ich mich zum Beispiel gefragt und dann, wenn wir natürlich genau wie die letzten Wochen oder auch im letzten Jahr über unsere Zentrale sprechen, ja, was soll ich dir sagen, also wenn ich mir die Doppel-Sechs hätte mir vor der Saison, hätte Thorsten Lieberknecht, hätte Thorsten Lieberknecht, Gott, Gott hab ihn selig, gesagt, dass wir mit Djindovian und Fleckstein aufmarschieren. Da hätte ich echt gesagt, Junge, ich geb dir jetzt gleich meine Telefonnummer, ruf mich an, wenn es schon so weit ist, dann kommen Maik und ich persönlich vorbei und helfen da gerne nochmal aus. Denn das, boah, ich weiß nicht, hat das drittiger Format? Ich steig da gerne ein, weil Fleckstein hat ja, ja, war das beim letzten Spiel, genau, beim 1-1 in Bayern, zwei hat er ja auch schon auf der Sechs gespielt. Also ich finde Fleckstein ja als Innenverteidiger gut, da haben wir schon drüber gesprochen, haben wir auch gefeiert hier für die ersten Spiele und so als Newcomer von Holstein Kiel und sowas. Es ist aber von der Sechs in der Innenverteidigung immer einfacher wie von der Innenverteidigung auf der Sechs so und generell, ich sag mal, eine Aussage einfach mal, die wollte ich sowieso heute irgendwann bringen und darauf baue ich dann was auf. Also wenn Gino Leteri nach dem Spiel halt sagt, ein halber Stoppelkamp ist für uns immer noch so viel wert wie für manche ein ganzer Spieler, dann stelle ich mir die Frage generell, Stoppelkamp war nicht fit, spiel von Anfang an, bitter ist nicht bei 100%, spiel von Anfang an, so und letztendlich sind doch auch der ein oder andere Spieler, der sitzt doch draußen, der nicht verletzungsbedingt ausgefallen ist. Also warum stelle ich keine 100% fitte Spieler auf? Also ein Julian Hedver beispielsweise hätte ich auch von Anfang an spielen können oder ein Sinan Karweiner hätte von Anfang an spielen können und kann man da nicht als Trainer hingehen und sagen, pass mal auf, ich habe noch zwei Granaten auf der Bank, die ich die letzte halbe Stunde bringen kann, weil ich würde jetzt die These dann in den Raum stellen, warum spielt Mikkels beispielsweise 75 Minuten gegen BN Wiesbaden und kommt dann heute nur eine Viertelstunde, währenddessen andere Training abbrechen und dann aufgestellt werden, weil sie Probleme haben und wie zum Beispiel jetzt hier die Sauer-Bitter-Kombination, du den Außenverteidiger nach vorne rechts stellst, der bei allem Verlaub, Leute, wie oft haben wir darüber gemeckert, dass Sauer keinen Offensivdrang hat als Außenverteidiger und dann spielt er jetzt auch noch offensiv. Das heißt, der hat schon keinen Offensivdrang und spielt dann auch noch offensiv. Wisst ihr? Also das ist ja schon ein Zielkonflikt in sich. So und dann hat er hinter sich natürlich auch noch einen, der nicht 100%ig wird ist. Bitter war jetzt nicht scheiße heute, aber das war dann nicht Joshua Bitter, also bei aller Liebe. So und dann hätte man von mir aus die sichere Variante mit Sauer hinten rechts wählen können und hätte doch mal, warum schmeißt du nicht den 17-Jährigen mal vorne rein? Oder warum kann dann Mikkels nicht spielen? Oder wieso? Wenn ich doch, wir haben zwei Sechsen im Kader, korrigiere mich, wir haben Jansen und wir haben Kameruaka. Wir haben Krenpiki, der soll das auch irgendwie spielen. Ich weiß nicht, was er spielt, aber irgendwas soll der ja da auch irgendwie spielen. Aber eigentlich haben wir nur die zwei. So, in Witterpause holen wir keinen neuen. Wir sind ja gut aufgestellt. Ich verstehe nicht, warum das Spielsystem nicht angepasst wird. Wenn Jendo Wien auf der Sechs spielen darf, Stefan, dann braucht mir auch keiner mehr sagen, dass wir nicht ein 4-1-4-1 mit Stoppikamp und Kavain auf Acht spielen können. Weil dann ist das Thema für mich erledigt. Ja, ja, ja. Ja, also, genau, sehe ich ähnlich, sehe ich wirklich sehr, sehr ähnlich. Und nochmal ganz kurz zur Aussage auch zurück. Die hat ja auch ein bisschen für Unruhe gesorgt, auch im Forum und auch bei uns hier intern. Ich würde es nur jetzt unbedingt auf unsere Mannschaft nur beziehen. Er meinte ja auch, dass für andere beispielsweise, Für manche andere, genau. Für manche andere, dass, ich kann mir gut vorstellen, dass er den Wert halt nochmal von Stoppikamp herausstreichen wollte. Das kann ja auch auf andere Mannschaften bezogen sein, denn der Michael meinte ja zum Beispiel, das ist ein Nackenschlag gegen welche aus dem eigenen Kader. Ja, aber so werden die jetzt aber verstehen. Ja. So werden die jetzt verstehen. Ich bin bei dir. Ich bin voll bei dir. Ich bin voll bei dir, aber das ist eine Aussage als Trainer. Pass auf, pass auf, aber du weißt ja auch, wie du bist. Und das muss man jetzt auch fairerweise sagen, du hast ja auch Fußball. Ihr habt lange, lange Zeit gespielt und bist ja aktiv dabei, immer noch. Ich habe zum Beispiel auch mit herausragenden, guten Leuten bei mir in der Mannschaft gespielt und ich war immer froh, immer froh, wenn die auf dem Platz standen und das haben ja auch alle Spieler des MSV gesagt, als Stoppelkamp nach seiner Viruserkrankung wieder zurückkam. Der ist so wichtig für uns, auch wenn man es jetzt bei so einem Spiel heute auch nicht gesehen hat, aber ist ja egal. Die Mitspieler haben einfach das Gefühl, wenn er da ist, ist gut, das bringt uns weiter. Er kann mit einem guten Moment immer mit. Aber dann sag es auch so. Sorry, dann sag es auch so. Dann sagt beispielsweise, Stoppelkamp ist für uns wie ein Reus bei Dortmund. Ist eine Identifikationsfigur. Dann sag es so, aber nicht so, weil er gibt ja zu, dass er nicht fit ist. Er sagt, ein Halbfitter, er sagt es ja, der kann es doch nicht bringen. Kannst du nicht sagen. Pass auf, ich spiele lieber mit einem Halbfitten als, ja gut, die anderen sind zwar eigentlich auch nicht schlecht, die kommen zwar mal zum Training, aber die sind zwar fit, aber die stelle ich nicht auf, deswegen. Sorry, kannst du nicht moderieren. Man spricht ja immer, gerade du, du hast ja was richtig Wichtiges mal gesagt, weil in der heutigen Zeit ist es so wichtig, zu moderieren und die Leute bei der Stange zu halten und von Empathie und alle 18 und so. Genau das reicht es damit nämlich nicht. Und das ist deine Aussage und damit hast du auch vollkommen recht. Ja und ich wollte auch gar nicht sagen, dass das clever so war, wie er gesagt hat. Ich verstehe nur den Sinn dahinter, von ihm selber und für die Mannschaft, aber das darf er natürlich zu keinem Zeitpunkt niemals. Lieber Gino, lass es dir gesagt sein, komm vorbei hier im Podcast, hörst uns ja auch jede Woche, schöne Grüße. Darfst du niemals so sagen, das sind Anfängerfehler, die passieren ja immer jetzt in der Kreisliga. Das ist wie Kovac bei Bayern München mit Thomas Müller. Ja, der Thomas wird sicherlich auch mal bei uns ein paar Einsätze kommen und so, wenn wir gegen schlichtere Gegner spielen. Also, verstehe ich nicht. Und zum Spiel oder beziehungsweise zur Ausstellung generell, ich hatte auch heute nochmal im Vorfeld irgendwo gehört, seit den letzten fünf Spielen nur eine Niederlage gehabt vorm Spiel in Ingolstadt jetzt und genau das hätte ich mir auch so gewünscht, ein selbstbewussteres Auftreten. Klar, WN Wiesbaden hat natürlich jetzt wieder viel übertüncht, sage ich jetzt mal. also der eine oder andere glaubte ja schon wieder an den Ausstieg. Aber trotzdem, bei Ingolstadt auch etliche Leute ausgefallen. Ingolstadt auch heute für die auch das erste Spiel jetzt quasi auch im neuen Jahr. Und die hatten keine Testspiele, ne? Nein, und die haben heute auch keine Bäume ausgerissen. Ich sage ja, Not gegen Elend, da kannst du ja aussuchen, wer wer war. Also von daher, das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit den Leuten, warum denn nicht mal offensiv, warum denn nicht mal den 17-Jährigen reinknallen, warum denn nicht mal die Leute, die gut trainiert haben und dies und das, also da hätte ich mir auch, warum denn nicht? Wir haben doch am Ende, am Ende des Tages haben wir jetzt 2-1 verloren. Warum denn nicht mal voll alles draufsetzen und mal Gas geben, einfach Arschlecken, unbekümmerte Leute reinlassen, fitte Spieler ranlassen, bla 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 und dann mal gucken, was geht. So, wenn du am Ende des Tages 4-0 verlierst, ist mir das aber, ist mir das lieber, wenn du sagst, hör mal, ich habe heute mal Vollgas gegeben, ich wollte, ich wollte irgendwie was machen als dieses, weil das sind für mich heute, ich sage dir ganz ehrlich, KFC Uerdingen war damals die absolute Katastrophe, wir kamen nicht einmal über die Mitlinie, heute kamen wir über die Mitlinie, wir haben ein Tor geschossen, wir haben einen Fehler ausgenutzt, okay, wir hatten vielleicht noch eine Chance zum Schluss nachher, kommen wir gleich noch zu sprechen, aber das sind, das sind für mich einfach so trostlose Spiele, die plätschen dann einfach vor sich hin und ich hatte mir im Vorfeld auch noch was aufgeschrieben und wenn wir uns weitere Partien, noch eine und noch eine, ja, also man hat das Gefühl, mit solchen Auftritten, die Mannschaft weiß nicht, dass die Letzte ist. Ja, zumal man ja jetzt auch bedenken muss, die Zwickau hat ja noch einen Rückstand gedreht heute gegen Lübeck, die haben ja gewonnen, wenn wir jetzt noch sagen, wir gucken uns mal die Tabelle an, dann sind wir einfach 20. mit 15 Punkten, aber haben auch schon 17 Spiele und wenn wir dann sagen, Zwickauer, der erste Platz des rettenden Ufers, der hat 18 Punkte, ja gut, der hat drei Punkte nur mehr, der hat aber auch zwei Spiele weniger, also das ist eine Katastrophe, wenn man sich die Tabelle anguckt, das heißt, Kaiserslautern hat 18 Spiele, aber der Rest ist auf unserem Niveau oder hat weniger Spiele, von daher, du hast vollkommen recht und daher der Ausblick, da kommen wir später drauf, wir haben ja jetzt, sag ich mal, wir müssen nicht reisen, wir haben ja richtig geil drei Heimspiele hintereinander, als schlechtestes Heimteam oder zweitschlechtstes Heimteam, ich glaube Zwickau, wobei Zwickau hat ja auch gewonnen zu Hause, also sind wir jetzt schlechtestes Heimteam wieder, wir waren jetzt 19. und dann sind wir wieder 20. Ja, wenn da nichts geht, so wir haben fünf Spiele im Januar, ich will nicht sagen, dann kannst du den Laden zumachen, aber wenn wir Ende Januar noch letzter sind, ey, das wird ganz eng und da wir uns ja jetzt auch neue spielertechnisch auf der 6 jetzt auch nicht verstärkt haben, man hat sich sicherlich mit Jindowian was dabei gedacht heute, dass er ein spielerisches Element reinwinkt, aber dann verstehe ich immer noch nicht, wieso auf der 6, dann lass ihn doch zehn Mitarbeiter vorne spielen, wo ist denn der Unterschied, warum soll er denn jetzt da in die ganze Kopfballduelle, dann nimmt doch Fleckstein völlig aus dem Aufbauspiel raus, weil Passquote von ihm ist ja auch unterirdisch nach vorne, der gewinnt ein paar Zweikämpfe, der ist nicht besser und nicht schlechter als Kamerwaka auf der Position, das kann mir keiner erzählen, so dann lass doch die spielerische Komponente auf der 6 weg, dann packe ich noch zehn Meter nach vorne, damit dann nämlich Stoppelkamp, was ich ja mit Kawa immer gerne hätte, halt vorne im Zentrum mit Vermehr dann halt auch eine Anspielstation mehr hat, was du auch Stefan immer gut angesprochen hast, Ben Baladaschner, wo Leute hattest, mit denen du auch mal Doppelpass spielen konntest, vielleicht auch so ein Drittliga-Tiki-Taka, ich weiß, wie sich das anhört, aber dass du Leute hast, auf die du vertrauen kannst, weil du weißt, pass mal auf, den spiele ich jetzt an und der ist ballsicher, die Jungs können auch denken und die trainieren doch zusammen und auch wir, Stefan, haben doch früher uns, wenn links und rechts einer frei stand, ja und du weißt, pass auf, du hast links, links hast du Stefan Barth freigehabt und rechts hast du irgendeinen Käsekuchen aus der Innenverteilung freigehabt, dann hast du auch den Barth angespielt, oder? Ja. Ja, weißt du, was ich meine? So und so, und sowas haben die doch auch, dass du dir denkst, pass mal auf, da ist jetzt Fleckstein frei und da ist jetzt, weiß ich nicht, Karweiner frei, ja dann spiele ich natürlich den Karweiner an in dem Moment oder von mir aus den Stoppelkamp. So und das ist halt, das ist halt sehr ärgerlich, weil Lethieri sagt vorm Spiel, Ingolstadt ist kein Bonusspiel. Wir bleiben bei unserem Plan. Da habe ich auch schon gedacht, boah, unser Plan in letzter Zeit war Abwehrpressing, hinten drin stehen und vorne hilft der liebe Gott. Was war es heute? Der liebe Gott war nicht da. Der war sogar da, eine vierte Minute. Vielleicht wollen wir mal auf die Tore eingehen. Da war er nämlich da. Genau und in der Halbzeit ist meistens auch der Plan vor der Kamera, der nennt sich Philipp Klug, den habe ich auch schon gefressen. Es gibt ja heutzutage immer diese Kritik an dieser neuen Generation Trainer, dieser Laptop-Trainer und so weiter. Ich finde zum Beispiel bei ganz vielen, die in der Bundesliga auftreten oder so, kann ich das echt nicht, kann ich das fast gar nicht verstehen, weil die machen für mich teilweise alle echt einen guten Job. Aber wenn ich so einen Philipp Klug sehe, da habe ich das Gefühl, der hat gerade einen Führerschein gemacht, ist 18 Jahre irgendwie und erzählt uns, mit irgendwelchen Fachausdrücken manchmal will er uns den Fußball erklären oder die Welt. Aber komm, zum Tor. Ja gut, ich muss sagen, ich sehe das fast ähnlich, aber die Meinung nehme ich dann doch nicht, weil ich ihn einfach zu wenig kenne und zu wenig in der täglichen Arbeit erlebe. Alles gut. Kann durchaus sein, dass er unfassbar viel Ahnung hat und sowas, deswegen den möchte ich da jetzt rausnehmen, die arme Socke, der sich da in der Halbzeit vor die Kamera stellen muss, um da irgendwie zwei Sätze zu sagen. Aber sind sowieso immer dieselben. Ich weiß auch nicht. Vorm Spiel immer Evo, in der Halbzeit klug. Ich weiß, was du meinst, es kommt schon ein bisschen so rüber. Vor allen Dingen ist immer ganz lustig, dass die in Duisburg-Spielen ja eigentlich auch immer den Co-Trainer von der MSV befragen. Haben die jemals in der MSV-Spiel mal den Co-Trainer von einem anderen Verein gefragt? Nee, weißt du warum? Weil außer gegen Wien, Wiesbaden, die erste Halbzeit immer kacke ist und dann müssen die mich bei Duisburg nachfragen, was verändern sie ihn jetzt? Weil die andere Mannschaft führt ja und da brauchen sie ja nicht fragen, was die verändern, sondern die fragen ja bei der Mannschaft mit Absicht nach, wo was verändert werden muss und das ist halt häufig der MSV. Wobei in den Auswärtsspielen meistens dann auch immer irgendwie ein Spieler, der gesperrt ist oder verletzt ist von den anderen Mannschaften. Ja, der ist dann als Interviewpartner in der Halbzeit, aber der ist dann nicht für diese zwei, drei Sätze nochmal kurz vor dem Startschuss. Nein, nein, alles gut. Aber gehen wir mal durch. Wir gehen Einzelnenführung. Positiv. Ich muss sagen, pass auf, persönlich, ich habe gar nicht gejubelt auf der Couch. Dafür war mir das zu früh und dafür kam mir das Tor aus dem Nix und dafür musste ich erstmal gucken. Ich schwöre, ich habe nicht gejubelt, nicht irgendwie aus Arroganz oder weil ich mich jetzt nicht verbunden fühle, sondern ich habe gedacht, boah, ich traue dem Braten, ich gucke erstmal. Aber war die beste Szene von Sauer in dieser Saison, kann man so sagen, oder? Naja, gut. Er hat ja eigentlich auch noch alles falsch gemacht. Er hat den Ball nicht kontrolliert bekommen, der verliert den Ball und der Ingolstadt hat eine Idee. Deswegen sage ich ja, vielleicht sollte er demnächst einfach alles bewusst falsch machen, dann kommt es nämlich richtig an. Ich glaube, dass dir Maximilian einfach heute keinen Gefallen getan hat mit vorne, rechts, da will ich gar nicht jetzt ihn jetzt persönlich, das ist eine Trainersache. Eines. Aber 1-0, Engin, super Abschluss. So, dann hast du gedacht, Jungs, jetzt habt mal Eier und machen mal ein bisschen, seid mal aktiv. Aber was kam dann, Stefan? Ja, sollte genau das Gegenteil eintreffen. Also, sehr, sehr viel Passivität, Fehlpässe im Aufbau. Also, man hat ja, wie oft sagen wir das jetzt hier? Ich meine, Schuldigung an dieser Stelle, liebe Zuhörer, wir wiederholen uns wahrscheinlich das ein oder andere Mal in jeder Sendung, aber der MSV bietet uns nun mal immer wieder schwere Kost an und immer wieder dieselben Fehler in Präsentation. und klar, wir haben schon oft gesagt, also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Ingolstadt uns hier überrennt und dass die Pressing spielen ohne Ende, dass man sich nicht befreien kann, denn du hast ja mal gesehen, zumindest ansatzweise, man freut sich ja als MSV-Fan schon, wenn da zwei, drei Doppelpässe mal kommen, wenn der Engin dann doch mal steil geschickt wird, wenn Sicker dann mit 88 kmh da von hinten mal anrauscht und dann überlaufen möchte, dann sind natürlich einzelne Lichtblicke, die hast du letzte Saison in fast jedem Spiel über 90 Minuten konstant irgendwie immer mal gesehen, siehst du jetzt gar nicht und ich muss dir leider sagen, Mike, wenn wir ja jede Woche jetzt hier gleich auch unsere Zebra des Tages küren. Ich weiß es nicht. Doch, ich habe was ganz Kurioses gleich, was ganz, ganz Kurioses. Ich habe auch einen und auch mit einer Begründung, da wirst du mir wahrscheinlich auch für angucken. Ja, genau, aber wenn ich jetzt den goldenen Umberto der Woche vergeben würde, ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind, aber ich habe mir beide Tore nochmal im Detail angeschaut und ich muss sagen, ich weiß, ob der zweite jetzt abseits war oder nicht, hast du mir schon geschrieben. Ja, das sah ein bisschen aus, vielleicht war es auch kein abseits. Aber ich finde zum Beispiel auch gerade beim ersten Tor, Dominik Schmidt, was macht der da? Ist meine Meinung. Ja, bevor wir zum 1-1 kommen, klar, schreibt eure Meinung drunter unter YouTube und sonst irgendwas. Wir haben ja den Schimanski, der auch gerne mal so einen taktischen Kommentar schreibt, da kommt ja auch immer sehr viel bei rum. Gefällt mir, was er da schreibt. Also ich gerne, ich persönlich, spiele unheimlich gerne gegen den 4-4-2. Ingo hat ja 4-4-2 gespielt und ein 4-4-2 ist ja aus meiner Sicht sehr, sehr leicht auseinanderzunehmen. Du hast im zentralen Mittelfeld drei Leute und der Gegner zwei. Natürlich laufen die dich mit zwei an, du hast zwei Innenverteidiger, bist also pari-pari. So, was hat der MSV gemacht? Der hat gegen den Ball auch ein 4-4-2 kopiert. Sind ja Stoppelkamp und Vermeer angelaufen. So haben die beiden Innenverteidiger geblockt. Ist ja gut, weil im zentralen Mittelfeld von Ingolstadt laufen ja auch nur zwei Leute rum. Von uns also auch zwei. Also hast du ein 1 gegen 1 auf dem ganzen Feld. Kannst du ja machen, ist ja in Ordnung. Was passiert beim 1-1? Stendera. Und das machst du, wenn deine beiden Innenverteidiger mit zwei Stürmern angelaufen werden, dann ziehst du den Sechser zurück in der Hoffnung, dass du Überzahl schaffst. Drei gegen zwei. Die ziehen den Stendera ein paar Meter zurück. Der Ball wird durch Vermeer und Stoppelkamp gespielt und ich weiß nicht, wo Jendowian oder Fleckstein dann gerade sind. Also einer von beiden ist auf jeden Fall im luftleeren Raum. Jetzt ist natürlich nicht alles mannorientiert, aber du bist ja viel zu weit weg. Der kann aufdrehen, hat Platz ohne Ende. Das muss jetzt noch kein Gegentor bedeuten, aber das erstmal zur Entstehung. Das heißt, der kann gucken ohne Ende. Dann wird diagonal eingelaufen. Bitter passt nicht ganz auf, wobei der Torschütze ist ja auch einer der beiden Spitzen. Kutschke und ich habe den Namen sogar vergessen. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall der. Dennis Eckert Ayenza. So, der hat ja auch vorne drin gespielt. Von daher ist es ja einer Dominik Schmidts Gegenspieler. Der läuft aber diagonal ein, also auch Bitters Gegenspieler. Dominik Schmid, gebe ich dir recht, sieht natürlich schlecht aus. Hat kein Stellungsspiel, kein Timing. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, du gehst zum Kopfball und irritierst noch. Ja, ja. Kriegst den nicht, irritierst deinen Mitspieler und bist raus aus der Nummer. Und den Torwart auch noch, ja. Ja, pass auf, Tor kommt mir gleich zu. Bitter muss ich auch sagen, und da kommt es jetzt, sind das, und das ist ja der Konjunktiv, sind das diese 5%, die jetzt gefehlt haben, hätte ein Sauer vielleicht aufgrund seiner Fitness und seiner Frische im Kopf defensiv das verteidigt. So, und Weinkauf hat in dem Moment nur Blick auf den Ball, da muss man auch Leo mal, der eine super Saison spielt, den wir hier feiern ohne Ende, ein Top-Spieler, Top-Torwart, der guckt nur auf den Ball. Ist überhaupt nicht fokussiert. Mach das ganze Tor auf und dann kann der Ingo Städte, der eher am Ball kommt, an ihm vorbeilaufen. Also da sehen weder die zentralen Mittelfeldspieler, noch Bitter, noch Schmidt, noch Weinkauf, sehen alles schlecht aus. Also eine Riesenfehlerkette, Einladung 1-1. Und ich glaube, du hast gerade schon ganz richtig gesagt, das ist natürlich wirklich so ein Zusammenspiel von vielleicht Fitness, aber auch von geistiger Frische. Geistiger Frische, ja. Auf jeden Fall. Wenn du wirklich Monate... Bei Schmidt ist es auf jeden Fall geistiger Frische, 100 Prozent. Da bin ich bei dir und bei Weinkauf auch. Ja, und auch bei Bitter über fehlende Einsätze zu sprechen. Also du hast ja so eine Routine, haben wir ja gerade gesagt. Ja, auf jeden Fall. Wo ich ganz am Anfang gesagt habe, Sauer, der hat jetzt monatelang auf dieser Position gespielt, der kennt da Zusammenspiel mit den Leuten. Denn Bitter hat ja letzte Saison auch nicht mit einem Schmidt zusammengespielt. Da war der Schmidt noch nicht da. Hast du vollkommen recht. Diese Abstimmung, die Kommentare, man weiß ja nicht, was die vielleicht noch untereinander gesprochen oder geredet haben. Vielleicht hat auch gar keiner geredet, weil die zum ersten Mal so gespielt haben. Vielleicht auch Bitter gerufen, Dominik, du musst hin. Kenne ich so Aktionen und dann bist du irritiert und dann weißt du nicht, weil du denkst, ich habe ihn schon. Ja, genau. Klar. Und ja, sehr, sehr ärgerlich und da war auf jeden Fall eine Fehlerkette. Gut analysiert, gut angesprochen, denke ich mal und sollte aber nicht dabei bleiben, denn wir fingen uns in der ersten Halbzeit leider dann auch noch das 1 zu 2 beziehungsweise 2 zu 1 durch Ajenza, ne? Ja, weil das nicht derjenige, der so den Fehlerhänden gemacht hat zum 1 zu Firmes V oder den Fehlpass spielt. Also ich habe mir gerne Bock gehabt, die Namen zu merken. Ich habe meiner Tochter ja auch zwischendurch gespielt. Ich habe das Spiel schon klar geguckt, aber da habe ich mir die Namen jetzt von Ingolstadt nicht gemerkt, muss ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das 2 zu 1 für Ingolstadt analysierst. Ja, bin ich auf deine Meinung auch gespannt. Ja, also erst mal, die Ecke kommt rein, wir stehen da am kurzen Pfosten schon schlecht, da fängt es schon an. Der Ball trudelt ein bisschen durch, Gemball ist versucht zu klären, das ist so ein Klärungsversuch. Darf ich jetzt schon mal ganz kurz unterbrechen? Ja, klar. Nicht böse sein? Nein, überhaupt nicht. Ich unterbreche dich da auch. Alleine wie die Ecke schon entstanden ist. Boah. Noch einen Schritt zurück, denn der rechte Mittelfeldflügelspieler von Ingolstadt, ich habe ihn jetzt Elva, 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 Elva. Ja, ja, Elva. Der etwas dunkel. Der Rasta, genau. Genau. Das ist mir ganz oft auch bei ihm aufgefallen. Drei gegen eins oder zwei gegen eins Überzahl von Duisburg und die wurden ja teilweise gar nicht richtig gestört. Die Zweikämpfe wurden gar nicht richtig geführt. Das heißt, wenn du eigentlich im Defensivverbund schon hinten zustellst und eigentlich der Flügelspieler kaum eine Chance hat, dann holt er da irgendwie noch eine Ecke raus, dann spielen die noch klein, klein hin und her. Da hattest du mehrmals vor der Ecke die Möglichkeit zu packen, zuzugreifen und schon die Ecke auch grundsätzlich zu verhindern. Du musst jetzt einfach mal auf der anderen Seite vorstellen. Jetzt nehmen wir mal Maxi Sauer, weil du es ja gerade angesprochen hast, rechtsoffensiv für Duisburg. Wenn der von zwei Ingolstädtern unter Druck gewesen wäre, ich gebe dir mein Wort drauf, der würde niemals eine Ecke noch rausholen. Nein, nein, Thema durch. Der hat mir sowieso ganz gut gefallen, der Rastamaster, da hat mir sowieso, der hat ja der Kommentator einmal gesagt, Kajubi haben sie jetzt fest verpflichtet. Wahnsinn, ne? Der muss wahrscheinlich, der muss wahrscheinlich, ja doch, mir hat das sogar einer geschrieben. Ja, egal. Also auf jeden Fall, ich glaube, Sebastian Brauers hat mir das so, glaube ich, geschrieben von That is the Enfield. Und der hat mir sowieso ganz gut gefallen. Der Kommentator meinte noch, ja, vielleicht muss er ein bisschen auf sich aufmerksam machen, weil Kajubi jetzt von denen anrückt und so. Gebe ich dir aber recht, dass er letztendlich zwei Leute beschäftigen konnte und wir hatten das offensichtlich nicht drauf. Wobei ich Engin so in der ersten Halbze noch okay fand, hatte auch noch einen guten Abschluss über links und mir kam es so vor, als sei der so ein bisschen alleine gelassen. Also Engin beispielsweise will ich dann noch ein bisschen ausklammern aus der Offensive. Nicht nur wegen seines Tores. Ja, Ecke kommt rein, genau, erste Pfosten irgendwie ein bisschen unterlaufen. Gemberles versucht, den Ball zu klären, dass er mit einem schwachen Fuß, den jetzt nicht hundertprozentig geklärt bekommt, vor dem Ingolstädter, ey, alles gut, kann passieren. Dass wir am zweiten Ball nicht da sind, da fängt jetzt schon an. Da habe ich bei Offensivspielern sowieso immer so ein Problem. Die hoffen, ey, vielleicht fällt der Tor auf den Ball ab, dann kann ich schnell nach vorne rennen und dann kann ich die Konter ausnutzen. Klar, hat auch seine positiven Seiten, aber im ersten Moment heißt es, und das ist für Offensivspieler immer schwierig, ey, du hast eine Ecke gegen dich zu verteidigen. Du darfst einfach kein Tor reinkriegen. Und das ist für einen Offensivspieler wirklich schwierig, diesen Schalter umzulegen. Ja, und was Engin dann macht, dann geht der auf den Beini. Man muss sich ja mal überlegen, dieser Beini hätte funktioniert. Ja, wo der Ball hingegangen wäre. Genau, der hätte ja in den eigenen 16er gespielt. Statt den einfach, und Engin habe ich gerade gelobt, dass er eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht hat in der Situation, statt der einfach den Ball rausschlägt. Ja, oder stell deinen Körper rein. Ja, aber ich hätte, genau, stell deinen Körper rein, genau, aber dann kannst du vielleicht auch Pech haben, aber hast du recht, kann man auch machen. Nein, kann man machen. Aber schlag ihn doch einfach weg. Das ist doch scheißegal. Also, Beilerliebe, machen wir uns jetzt bei MSV Gedanken, wo die den Ball hin schießen? So, schieß ihn doch einfach raus. Da macht der ein Beini in die Duisburger Richtung, der wäre in den eigenen 16er gegangen. Was hätte er dann gemacht? Fünf Meter vor dem 16er. Wer hätte dann hinten hinterher gerannt, hätte durch den 16er gedribbelt, oder was für eine Idee hat der da? So, und Sauer? Sauer macht dann Pussy, ne? Kann ich ja noch sagen. Zieht nicht durch. Ingo Stetter hält sein Bein rein und er zieht einfach nicht durch, ne? Verreckt. Ball wird abgenommen. Und dann hat Stendere auch noch einen krummen Fuß. Der wollte ihn ja nicht auflegen, der wollte ja aufs Tor schießen. Ja. Ja, und dass wir dann natürlich da jetzt in der Sekunde nicht postiert sind, mache ich Duisburg gar keinen Vorwurf, weil das ist dann bei einer Ecke. Hängen höher hin und her, du guckst zum Ball, du bist nicht mehr mannorientiert und ich glaube sogar, dass es abseits war, aber das haben die jetzt nicht mehr aufgelöst. Es sah zumindest so aus, dass der irgendwie doch einen Schritt näher zum Tor war als alle anderen Verteidiger. Nein, das ist natürlich dann halt im Endeffekt nur noch das Ergebnis, ne? Also das Tor an sich ist das Ergebnis. Geht eine Fehlerkette zuvor oder kommt zuvor und da braucht man sich am Ende des Tages, sag ich dir ganz ehrlich, klar, jetzt wird der ein oder andere Fan wieder schreiben und sagen, oh, dann rutscht er dem über den Schlappen und du hast gerade gesagt, komm Fuß. Ja gut, aber wenn du vorher 35 Mal die Möglichkeit hast, das Tor zu verhindern, da brauchst du dich absolut gar nicht beschweren. Finde ich überhaupt nicht. Nee, 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 überhaupt nicht. Mach es, mach wir auch. Duisburg hätte, du hättest ja ganz leicht gehabt zu klären, ne? Ganz leicht. Ja, ja, ja. Und das ist, solange wir auf dem Niveau spielen, meiner Meinung nach zumindest, werden wir es ganz, ganz schwer haben, überhaupt Punkte zu sammeln, werden wir schwer haben, Spiele zu gewinnen und da kommen wir wieder zum Thema, auch in der Birne, ne? Also du hast ja gerade angesprochen, Engin, also ich meine, klar, du hast im Fußball meistens keine 25 Sekunden Zeit, um zu überlegen, was mache ich als nächstes, sondern da musst du instinktiv da bestmöglich die Entscheidung treffen, aber dass er überhaupt solche Varianten in Betracht zieht, ne? Genauso wie Jindovian nachher in der zweiten Halbzeit, als fast letzter Mann hinten noch dribbelt. Da haben wir sogar noch gesprochen, der Michael Löfgen hat in unserer Gruppe geschrieben, Hoffentlich macht er keine Dribblings vor der Kette, ne? Oder Mikkels nachher, fünf Minuten vor Schluss, wo der da den Kaja, oder wie der heißt, einfach mal eben so drüber lupfen wollte. Ey, da frage ich, da frage ich mich allen Ernstes, das sind doch für mich Aktionen, die mache ich doch mal im Training vielleicht mal mit meinen Mitspielern. Ja, es scheint so, als sei der Ernst der Lage vielleicht nicht klar, ne? Ist Interpretationsgeschichte von uns, das wissen wir nicht, wir unterhalten uns nicht mit den Leuten, aber es scheint so, als wäre der Ernst der Lage nicht klar, aber man muss ganz einfach sagen, Ingolstadt hatte zwar noch zwei gute Chancen in der ersten Halbzeit durch Kutschke, also die hätten ja auch ein 3-1 machen können. Erstes schon, die hätten ja sofort in fünf Minuten schon ausgleichen können, also dass der Kutschke da einen krummen Fuß hat. Dann hält Weinkopf ja auch einmal gut und nach der Pause ist Ingolstadt ja auch aktiv und drückt eigentlich auf 3-1, aber deswegen sage ich, kann nicht gegen Will nicht, also Duisburg konnte nicht und Ingolstadt wollte irgendwie nicht. So, und dann hat sich da so eine, so eine, so eine, so eine, ja, fade zweite Halbzeit entwickelt. Aber man hatte zumindest das Gefühl von außen, Ingolstadt spielt so mit 75 Prozent, 80 Prozent. Die könnten ein bisschen mehr und da kommt wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch mehr. Ich hatte das Gefühl beim MSV, die spielen am Limit. Die spielen am Limit. Weißt du, wie die spielen? Als würden die mit einer Atemmaske drücken oder über den Platz laufen. Da setzt das Gefühl, jeder Schritt tut irgendwie weh und alles ist irgendwie gequält und körperliche Frische überhaupt nicht, aber jetzt, Stefan, was du vorhin meintest, mentale Geschichte, kommen aus dieser Mini-Winterpause raus und sind überhaupt nicht wach. Denn ganz ehrlich, Ingolstadt heute mit der Leistung, gegen Dresden zum Beispiel, hätten die den Arsch voll bekommen. Ja, ja, ja. Also, oder gegen Saarbrücken aus den ersten zehn Spieltagen. Der hätte richtig kassiert heute. Ich habe auch vor dem Spiel 1-1 getippt und ich hatte auch gedacht, mit den ganzen Ausfällen, wir zumindest mit so einer kleinen Serie, wie gesagt, im Rücken angereist und jetzt am Ende des Tages haben wir ja auch wochen und monatelang gesagt, jetzt können wir uns teilweise auch nicht mehr beschweren. Klar, die Leute sind nicht hundertprozentig fit, aber sind jetzt mittlerweile auch fast alle wieder an Bord. Also, du hattest einen Engin, der ausgefallen da war, du hattest einen Mikkels, der ausgefallen war, du hattest einen Bitter, du hattest einen Stoppelkampf und die ganze Zeit haben einmal alle gesagt, wenn die wieder dabei sind, dann haben wir vier, fünf Positionen anders besetzt und besser besetzt, dann haben wir wieder richtige Außenspieler, wenn der Sicker wieder besser wird, dies und das und jenes. Nee, liebe Freunde, es ist mittlerweile so, sind eigentlich alle wieder größtenteils an Bord, bis auf, ich sag mal, Klammer auf, Pepic, Klammer zu, Pepic, spielt ja keine Rolle. Ja, gut, Pepic, aber Cepanik, Krempiki, aber gut, Jansen, Kammerwerker, ist in unserem Kader schon ein bisschen schwierig, aber ansonsten hast du recht, alle, über die man gesagt hat, die spielerische Qualität reinbringen, sind nicht mehr da, die sind jetzt wieder zurück und es kommt ja dann trotzdem sehr, sehr wenig bei rum, weil wir wieder von Spielern sprechen, die nicht fit sind. Genau, und ich finde ganz einfach, habe ich zum Beispiel, also, guck mir auch immer den Nachbericht noch an mit dem Interview, dann auch, wie die sich da abklatschen auf dem Feld, ist ja manchmal ganz interessant und wenn du so gesehen hast, wie Stoppel dann da beispielsweise mit dem Oral da noch gescherzt hat oder Sprüche verteilt wurden, total legitim, also wir haben auch alle Fußball gespielt und wenn du da Bekannte hast auf der gegnerischen Seite, kein Thema, mir kommt es trotzdem nur so vor, wenn ich jetzt einfach alles um das Spiel herum nehme, vor dem Spiel das Interview, eine Halbzeit das Interview, nach dem Spiel das Interview, die Handshakes, dann das Spiel an sich natürlich selber, die kompletten 93 Minuten das Spiel selber und auch die Darstellung beim MSV natürlich jetzt wieder bei Social Media teilweise, alles insgesamt kommt mir einfach so vor, als ob man denkt, ja, das war jetzt hier der 18. Spieltag, wir sind ja immer noch in der Hinrunde, macht euch mal keine Sorgen, das wird schon. Ich finde, ich muss gerade im Moment aktuell die Nadel im Heuhaufen suchen und zwar denjenigen, der schon begriffen hat, dass wir gerade am Existenzmassaker stehen. Keine Ahnung. Existenzmassaker ist ein geiles Wort. Ich bin bei dir, bei allem, was du sagst. Eine Sache, jetzt zu der Stoppelkamp-Geschichte, ich versuche es einfach mal auf mich zu projizieren. Stoppelkamp ist ein alltag erfahrener Spieler, der mit 34 sehr viel gesehen hat, sehr viele Stationen hatte, sehr viele Leute kennengelernt hat. So und ich, jetzt, ich weiß, das klingt dann so egozentrisch, aber auch mit 33 ähnlich auf einem anderen Niveau. Und wenn wir dann gegen irgendwen gespielt haben und wir hatten dann verloren 2-1, kam auch vor natürlich, dann habe ich dann nach im Spiel auch gestanden und mit den Leuten gesprochen. Das hast du ja auch in so einem Nebensatz erwähnt, dass es ja eigentlich legitim ist. Das wollte ich damit einfach nur nochmal sagen, nicht, dass bis jetzt heißt, boah, ey, dürfen sich niemand mehr unterhalten. Also das habe ich, ich habe dich auch so verstanden. Ich habe dich auch so verstanden. Das habe ich auch immer gerne gemacht. Man verbindet ja auch Erinnerungen mit gewissen Leuten und warum soll ich deswegen jetzt erst Wut in Branden, Kavine rennen, alles kaputt machen und dann mit den Leuten sprechen. Ich glaube schon, dass Moritz Stoppelkamp auf seine alten Tage, der ist ja auch schon abgestiegen, keinen Bock hat jetzt, sag ich mal, ja, den Negativ-Höhepunkt zu setzen, nämlich von der dritten Liga in die Regionalliga abzusteigen. Also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Der wird schon alles geben, deswegen wollte er wahrscheinlich auch von Anfang an spielen. Aber dafür hast du ja Trainer, um diese Belastung zu steuern und zu gucken, pass mal auf. Und ich habe den einen oder anderen Trainer auch in meiner Karriere gehabt, der dann hingegangen ist und gesagt hat, weißt du was, jetzt so Moritz, sinnbildlich auf mein Team, du bist einfach heute unsere Geheimwaffe. Du entscheidest das Spiel später. Wenn du die letzte halbe Stunde kommst, Junge, und alle sind 60 Minuten gerannt, dann hast du alle Freiheiten in der Offensive und dann kannst du nochmal das Roh da rumreißen. Das hätte ich mir halt gewünscht, wenn Leute halt nicht fit sind und betaten wir halt auch. Wir werden jetzt mal was machen, was wir eigentlich so in der Richtung noch nie gemacht haben. Und zwar, ich möchte, dass wir das Zebra of the Week jetzt an dieser Stelle küren. Ja, zweite Halbzeit brauchen wir auch nicht mehr machen, weil mehr war ja nicht. Ja, genau. Wenn wir zwei uns verloren, da ist nichts mehr passiert. Genau, ja, genau. Wir hatten eine Halbchance von Hetwar, der war ganz gut, als er reinkam, der hatte ein paar gute Aktionen, das stimmt, aber möchtest du sonst noch was? Gerne. Ich habe nichts mehr zur zweiten Halbzeit. Deswegen hätte ich jetzt die Kategorie reingenommen, um vielleicht jetzt, wenn wir jetzt noch die letzte Aktion da besprochen hätten, hätten wir darauf Bezug nehmen können. Ich weiß nicht, soll ich anfangen, du? Ja, klar, von mir aus, weil du sagtest, du hast einen Interessanten gerade vor Beginn der Sendung. Ich verteile ja so ganz gerne Backpfeifen. Manchmal haben wir ja schon gesagt, haben wir ja schon gesagt, dass wir keinen gefunden haben bei so einem Grottenkick. Wir haben auch schon mal null Sterne verteilt oder null Punkte bei dem Spiel. Ich verteile jetzt einfach Zebra of the Week an Julian Hetwar. Ja, okay, warum nicht? Ich hatte das auch schon, mit Jendowian hatte ich auch schon mal eine Hinrunde, als er reinkam und so, hatte ich auch schon mal. Weißt du warum? Die 10, 15 Minuten, oder 15, ne? Ganz ehrlich, ich habe gesehen, ich habe Sprints gesehen, also ich habe einen angezogenen Sprint gesehen. Absolut. Ich habe einen Lauf in die Tiefe gesehen. Absolut. Daraus eine entwickelte Torschance. Auch, ja. Ich habe gesehen, dass der Junge zweimal, und die Gegenspieler wissen das ja auch, da kommt jetzt ein 17-Jähriger, ich habe gesehen, dass der zweimal abgeräumt wurde und er hat sich nicht gewälzt und nicht gelegt und nicht gemacht, sondern der hat weitergemacht. Der ist also auch dahin gegangen, wo es weh tut, wo so ein Krause oder keine Ahnung, nee, Krause, keine Ahnung, von Ingolstadt. Meinst du Gauss oder was? Ja, ich glaube schon. Und der hat sogar noch einen Defensiv-Zweikampf auch gewonnen. Der hat sogar auch einen Dribbling gehabt. Der hat dann auch ein-, zweimal Leute vernascht. Also, der hat so viele Elemente reingebracht, die ich bei den anderen, bei allen anderen 11 oder 10, die auf dem Platz standen, über 90 Minuten gar nicht gesehen habe. Und deswegen sage ich, ich verteile jetzt hier die Backpfeife des Tages und gebe dem für 15 Minuten mehr Energie, als für alle anderen Flachzangen da in 90 Minuten. Sorry. Darauf Bezug nimmt beispielsweise, ich habe ja auch gar nichts dagegen, wenn das vorhin so gekommen ist, dass Jim Dovian zum Beispiel vor allem veranspielt. Das ist ja auch schon ein ähnlicher Spielertyp, der ist nicht mit der Sprint in die Tiefe, aber wo man bei Headwires abgekürzt die Spielfreude anmerkt. Der will einfach spielen und der hat einfach Bock und der ist einfach ambitioniert und der hat einfach Lust. Dem ist die Spielfreude, die Lust anzumerken, dass er hier sein darf. Währenddessen man bei vielen nach Gefühlen hat, die sind frustriert, dass sie gerade hier sind. So und Jim Dovian kann ja von mir aus auch spielen. Der hätte ja auch von mir aus vorne rechts spielen können. Also vorne rechts hätte sie vieles machen können, nur nicht Maximilian Sauer. Hinterher ist man immer schlauer. Wir haben extra noch vor der Sendung, da könnten wir Screenshots posten, waren wir alle, haben wir alle gesagt, Sauer vorne rechts. Du, Stefan, hast sowieso so kaputt gelacht wegen der Aufstellung und das kann gar nicht sein. Da habe ich gesagt, warte mal ab, der spielt bestimmt vorne rechts. Und da haben wir noch gesagt, ja komm, wir lassen es alles besser und wir lernen, kann ja klappen. Waren uns aber vor dem Spiel sicher, Alter, das kannst du doch gar nicht machen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Nee, richtig. Ich will damit ja nur sagen, dass wir nicht nach dem Spiel drauf hauen, sondern das haben wir uns vorher alles schon gedacht und gedacht, das kann doch nicht sein mit Sauer vorne rechts. Der hat doch eh als Ausmann hat ja schon nichts vorne gebracht. Aber weißt du noch, wo ich noch geschrieben habe, Magenta Sport, die blenden das wieder falsch ein. Ja, darauf wollte ich ja hinaus. Weil ganz ehrlich, entweder muss ja vom MSV einer hingegangen sein und denen wirklich gesagt haben, dass das so ist, oder aber Magenta Sport, die müssen ja total bekifft gewesen sein, um so eine Ausstellung da an die Tafel zu nageln, ohne dass die vorher gewusst hätten. Oder die haben wie Bild, da haben dann irgendein so ein Heckenschützen an der Weste in der Straße versteckt. Den Wagner, den Thomas Wagner. Den Thomas Wagner, genau. Den Thomas Wagner. Eier, wir brauchen Eier, sage ich dazu nur. Der hat sich wahrscheinlich irgendwo im Busch versteckt und hat dann, er hat sich das Training angeguckt und hat dann gesehen, boah, der Gidovia, der spielt auf 6. Nein, der kann ja von mir noch spielen, aber nicht auf 6. Boah, weißt du, wen ich nehme? Ich nehme Arne Sicker. Willst du sagen, warum? Weil der mir am wenigsten Fehler gemacht hat von allen. Okay, na klar. Der hat für mich kein außerordentlich gutes Spiel gemacht, aber er hat defensiv nichts anbrennen lassen. Er hat sogar eigentlich seine Seite sogar noch sehr gut im Griff gehabt, war zumindest meine Meinung. Hat ein paar ordentliche Offensivläufe gehabt, ohne jetzt, da hat er da jetzt riesig was rausgearbeitet hat oder einen Torschung rausgespielt hat. Ich habe mir echt überlegt, das war direkt nach dem Spiel, Alter, wenn du mich jetzt fragen würdest. Mir hat auch, mir hat auch jemand geschrieben, er würde Fleckstein nehmen. Die Meinung ist vielleicht ein bisschen individuell. Ja, sehe ich nicht, aber auch ist okay. Kann jeder sehen, wie er möchte. Ich sehe es nicht, obwohl wir Fleckstein auch schon mal gelobt hatten und sie hat einfach die wenigsten Fehler gemacht. Und Hedwa, verstehe ich, was du meinst? Ist ein bisschen krass, weil ich das mit Gidovia schon mal hatte, dass ich jetzt wieder mache, aber nicht umsonst habe ich ja hier, wir haben uns nicht abgesprochen von einer halben Stunde oder was gesagt. Ja, warum spielt der, Hedwa denn nicht von Anfang an? Der hat ja auch das Tor aufgelegt jetzt gegen Rödinghausen. Der hat ja auch von Anfang an gespielt. Der hat das sogar selber erzählt, oder? Scheiße, er hat es selber erzielt, Mann. Der andere junge Spieler aus der A-Jugend, der hat es aufgelegt. So war das, so rum. Ich habe es sogar noch gesehen von der linken Seite in den 16er-Reihen. Ja, genau, er hat es sogar erzielt. Konnte man beim MSV ja aus dreieinhalbtausend Kilometer Entfernung vom Himmel aus bestaunen, dieses Tor. Weißt du, das ist die selbe Perspektive wie im NuKamp in der letzten Reihe ganz oben. Das sieht ja genauso aus. Kleiner Tipp für alle, die uns zuhören. Ruft mich doch mal an. Ich kann da weiterhelfen. Ja, ich habe gehört, Soccerwatch stellt Kamerasysteme her für Sportplätze. Wir übertragen Regionalliga. es soll jetzt kein schlechtes Omen sein für nächste Saison, aber egal. Okay. Ja, Spielnote mache ich ganz kurz. Drei. Ich fand es echt schlecht, muss ich sagen. auch wenn es ein 2-1 bei Ingolstadt ist, du kannst ja in Ingolstadt verlieren. Du kannst als Aufstiegsmannschaft in Ingolstadt verlieren. Es kann alles passieren. Ich fand es einen richtig schwachen, biederen, unmotivierten, verängstigten Auftritt. Ohne Mumm, ohne Eier, ohne Wille, ohne, ohne, ach, ich weiß es nicht. Ja, und um unsere Historie weiterzuführen, ich bin bei 2,5. Ja, ich dachte schon, mit drei bin ich jetzt krass. Ich dachte, du sagst zumindest, es ist auch drei, ich war überlegen, ob ich drei oder vier nehme. Wir hatten, glaube ich, Durchschnitt hinrunden, bis jetzt 4,2, glaube ich. So ungefähr haben wir auch gespielt, wie der ganze Kaffeesatz, den wir die ganze 16 Spiele vorher so im Durchschnitt gespielt haben. Schöne Grüße an Thomas Mäuser, der wird wahrscheinlich heute Abend wieder eine 6,5 verteilt haben. Ey, Thomas, nimmst du dich übel. Beste war übrigens auch mein Bruder, der eine Viertelstunde der zweiten Halbzeit guckt hat, der hat mir dann eine WhatsApp geschickt und gesagt, ey, die spielen den selben Rotz wie die ganzen anderen Spiele der davor aus, Wiesbaden, ich kann hier wieder ausmachen. Ja. Das ist ja so, ich denke, dass jeder Fan irgendwie gehofft hat auf so eine Initialzündung im neuen Jahr. Neues Jahr, neues Lück, gute Vorsätze, was man ja immer so macht. Hast drei Spiele nicht verloren, ein gutes Spiel gegen Wiesbaden gemacht, komm, dann reden wir uns das Spiel gegen Kassel auch noch schön mit dem 2,2. So, dann denkst du, komm, jetzt auswärts Ingolstadt und dann, ne. Du hast auch gerade noch einen interessanten Nebensatz gebracht und zwar, nach dem Spiel ist man immer schlauer. Ich sage dir ganz ehrlich, ich wusste, soll jetzt nicht klugscheißerisch klingen, aber wir, also, der Großteil der MSV-Familie, der wusste doch vorher, dass Sauer über rechts vorne nix ist. So, und wenn ich jetzt mal gucke, zum Beispiel, Leeroy, okay, der war auch ein bisschen lustlos, hatte ich so das Gefühl, der war wahrscheinlich auch ein bisschen angepisst, hat er nur 10 Minuten da reinkam, kann ich auch verstehen zum Teil, aber auch ein Budimbo, der hatte auch ein, zwei ganz gute Aktionen, wo der sich einmal da durchtankt, Hedver hatten wir gerade angesprochen und dann hast du noch einen K-Weiner, der gar nicht gespielt hat. Ey, lass, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Gas, ein bisschen mehr Speed auch auf die Aufstellung bekommen, lass die Jungs ran, oder? Also, alle, die kamen, die fand ich besser, als das, was ich vorher gesehen habe. Eine Sache zu Mikkel, zu meines lustloser Auftritt, kann man ein bisschen verstehen, auf der menschlichen Ebene kann man das verstehen und wenn du sagst, du spielst irgendwo Kreis Riga A, kann ich das auch verstehen. Nein, da war nicht. Auf der anderen Seite ist es immer noch sein Beruf und er verdient hat mit Geld, so. Und ich stelle dir mal vor, du arbeitest bei Soccerwatch und da hast du irgendwie einen Auszubilden oder so, der meint, ich komme zwei Stunden zu spät und ich habe gestern Nacht gesoffen und ja, ich sehe meine Zukunft eh woanders, dann will ich dich aber mal sehen. Den fallst du aber zusammen. Ich weiß aber, worauf du ihn neu auswählst, auf der menschlichen Schiene, dass er gedacht hat, er spielt von einfach an. Nebo Dinbo ist völlig verpufft, hat gespielt wie 18, 19 in der Saison. Ich habe auch immer das Gefühl, der hat da noch irgendwie eine Bleiwisse unter seinem Trikot. Ja, also, weiß ich nicht, habe ich gar nicht gesehen. Headfuck kam dann zu spät und jetzt, ey, und jetzt pass auf, Leute, ich weiß, es langweilt euch. Es langweilt euch. Aber wie muss ich denn Sinan Karweiner fühlen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ohne Scheiß jetzt. der muss doch verarscht vorkommen. Der ist jetzt auch noch, bei so vielen Verletzten, ist der auch noch zu schlecht für die ersten 13. 14. Ja, Tor, jetzt sehe ich nicht mir das recht. 14, ich meinte Feldspieler. Für die ersten 13. Da ist der auch noch zu schlecht für. Okay. Ich weiß, was ich machen würde? Ich würde an seiner Stelle wechseln. Ich hätte meinen Berater schon längst eingeschaltet, der sucht mir irgendwas anderes. Ich könnte mich doch mal im Arsch schlecken. MSV war für die Saison 18, 19, für Sinan Karweiner gut. Ihr konntet an den ersten Schritt in die dritten Liga gehen. Er konnte sich aufbauen. Hast recht. Sorry. 19, 20 stimmt. Tut mir leid. Genau, 19, 20. Genau, Budimbo meine ich auch. Saison 19, 20, 18, 19. Siehste, Jahreswechsel, meine Schuld. Gut, dass du mich korrigierst. Hast ja recht. Karweiner, Saison 19, 20 war gut. Er hat reingeschnuppert, er hat sich reingetastet, in Rückrunde kam er, hat die Einsatzzeiten von Thors Kliemann nicht bekommen, hat zwei wichtige Tore von uns geschossen, Siegtreffer gegen Chemnitz, Tor gegen Mainz, äh, Mainz gegen KFC beim 1-1 und hat sich reingearbeitet und war vor der Saison auch prognostiziert als Spieler, der uns dann, wo du sagst, der kann es nach vorne bringen. Ja, wo ist der heute? Aber nicht, weil der keine Leistung bringt. Der darf einfach nicht. Weiß ich nicht. Ich würde trotzdem sagen und das Kapitel jetzt gleich mal beschließen, wir nehmen aber trotzdem noch unsere Community hinzu, denn wir haben natürlich nach dem Spiel, wieder gefragt, äh, eure Stimmen zum Spiel und der Devin oder Devin Hengst schreibt, ähm, das Jahr fängt ja wieder scheiße an, gute 15 Minuten reichen halt nicht zum Bestehen, äh, die Abwehrleistung ist weiterhin unterirdisch, es fehlt auch ein Sechser, der mal das Kommando übernimmt. Also, im Prinzip ja eigentlich alles das, was wir... Können wir direkt einladen, der hat, vor allem bringt ja auch einen Punkt in zwei, drei Sätzen und nicht wie wir und wir labern auch drum herum, sehr gut. Ja, sehr gut, ja gut, aber wenn er den Podcast machen würde, dann wird der jetzt hier schon seit 45 Minuten Ende sein. Ist auch doof, ne? Der 30-Sekunden-Podcast des MSV mit Devin Hengst. Aber, ey, gute Aussage auf jeden Fall. Nein, nein, auf jeden Fall, klar. Der Meistermeister 98 schreibt, neues Jahr, gleiche, kacke, äh, keine Laufbereitschaft, immer zu weit weg, kein Kampf, ist zum Kotzen. Duisburger Blut schreibt, ein Punkt wäre mindestens drin gewesen, Ingolstadt war keine Mannschaft, äh, keine Übermannschaft, ja, aber lass dir gesagt sein, natürlich keine Übermannschaft, die stehen aber trotzdem oben und ein gutes Pferd springt bekannt nicht nur so, ne, und wäre drin gewesen. Ja, aber stützt ja unsere These, wo wir sagen, Ingolstadt war ja heute auch nicht mega gut, ne, da war schon mehr drin, Duisburg war einfach zu schlecht. Ja, natürlich, natürlich. Ja, natürlich. Und, äh, der Little Pass alias Sascha, äh, schreibt, zweite Halbzeit, leider nicht mehr so gut ins Spiel gekommen, wie in der ersten Halbzeit. Ich kann dennoch damit leben und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen sehr, sehr verwirrt. Er kann damit leben? Verstehst du das? Ne, aber das liegt vielleicht nur daran, weil er letztes Mal sein lila Trikot auch gepostet hat, ich weiß es nicht genau. Nein, Sascha, wir haben dich lieb, alles gut, aber, aber, ich sag mal so, nein, die Spiele werden ja nicht weniger. Ich weiß, was er meint, wenn du sagst, pass mal auf, du verlierst bei einem Aufstiegskandidaten 2-1, hat er keinen Beinbruch und ist ja auch kein Weltuntergang und da hat er ja auch nicht, Unrecht, wenn er jetzt, sag ich mal, selbst in Duisburg jetzt um Aufstieg spielen würde und du sagst vor der Saison, pass mal auf, sechs Niederlagen, kalkulierst da ein, boah, in irgendeiner Stadt kannst du verlieren. Bin ich auch dabei. Ja, aber, davon müssen wir uns verabschieden. Wir haben keine Zeit mehr, Leute. Und zu sagen, ich kann damit leben, mit dem Auftritt und so, nee, eben nicht. Also, eben überhaupt nicht. Genau, denn, wenn wir uns zu so einer These noch hinreißen lassen, dann müssten wir ja sagen, alle anderen Vereine sind ja auch in der Tabelle besser als wir. Deswegen könntest du ja zu jedem Gegner sagen, ja, gegen den kannst du die Niederlage einkalkulieren, gegen den, gegen den. Und ich sag mal so, um jetzt auch mal mit dem Ausblick aufs kommende Spiel zu starten, zum Beispiel der SV Meppen, der gewinnt mal eben gegen Saarbrücken, wo wir vor ein paar Wochen noch gesagt haben, das ist der geilste Fußball in der dritten Liga, dagegen können wir nicht ankommen und dagegen stinken wir nicht. So, und da habe ich schon gesagt, ich habe immer gesagt, zu diesen geilen Aussteigern, Verhal, Saarbrücken, Türgücü, lass die Euphorie mal ein wenig abflachen, lass die Gegner mal ein bisschen auf die einstellen, dann hast du aber ganz rucki zucki einen ganz anderen Wind, denn ich bleibe dabei, der Kader, das sind Ausstiegsmannschaften, ist mit Sicherheit nicht so gespickt von Stars, dass die jetzt durchgehen bis in die erste Liga und das ist halt letztendlich so das Ergebnis und wenn wir sagen, Niederlagen gegen gute Mannschaften können wir mal eben so verkraften, nee, können wir nicht. Andere Mannschaften, beispielsweise Meppen und auch Lübeck hat es ja mal für ein paar Wochen vorgemacht, Mike, die ziehen da konstant ihr Ding durch, egal ob klein oder groß. Ja, zumal, man muss ja mal eine Lanze für den SV Meppen brechen. Übrigens, unser Lieblingsthema, jetzt sind wir aber wirklich zum ersten Mal wirklich beim SV Meppen. Nee, aber ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, die waren lange Zeit letzter, ne? Die haben am Anfang gar nichts hingekriegt. Da hieße Thorsten Frings nach sechs Spieltagen entlassen, fliegt er raus, so. Und wisst ihr, was dann bei denen kam? Da kam Corona. Wo ja alle bei MSV sagen, ja, die waren ja so lange raus und deswegen können die ja nicht mehr. Und ich muss ja sagen, wir haben uns diese These ja auch angenommen und haben auch gesagt und dann versucht, ein bisschen Watte zu packen. Trainingsrückstand und sowas, ne? Der ist von Meppen, der hat 1-0 gewonnen in Stabrücken. Gut, davor haben sie gegen Tückütschel verloren, okay. Haben dann gewonnen gegen Lübeck, haben gewonnen gegen Rostock, haben gewonnen gegen Waldorf-Mannheim, haben gewonnen 2-0 gegen Ingolstadt, haben unschiebend ein Spiel gegen Magdeburg. Merkste was? Ingolstadt, Saarbrücken, Mannheim. So und, genau. Rostock, Rostock, ja. Rostock auch noch dabei, genau. Jetzt muss man dazu noch sagen, Meppen, die waren hinter uns, Die waren hinter uns, lange Zeit. Die haben 22 Punkte. Die haben sieben Punkte mehr als wir. So viel zum Thema. Man kann ja aus der Corona-Zeit, deswegen wollte ich noch mal gucken, wen die gespielt haben, deswegen hatte ich jetzt mal Handy zur Hand. So, und wir spielen jetzt gegen Meppen. Hatte? Haben wir aber auch gesagt, auch beim MSV, Start war kacke. So nach dem Motto, jetzt schließ dich doch mal für zwei, drei Wochen komplett mit der Truppe in den Bunker ein, fahr alles runter, mach einen Neustart, drück aufs Knöpfchen und dann geht es jetzt nochmal richtig los. So nach zehn Spieltagen beispielsweise. Bei uns hast du das Gefühl, ach Corona, die Zuschauer, wir haben ja nur Verletzte. Ja, und keine Kondition. Und Geld haben wir auch nicht. So, und jetzt haben wir Spieltag 18 und ist genauso schlimm wie vorher. Und Meppen, wie so ein gallisches Dorf, wie gesagt, Frings hat alle Leute angerufen in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, kommt mal alle bei mir vorbei und jetzt schließen wir uns hier zwei Wochen ein und ich schmeiße auch noch den Schlüssel weg, sodass der nicht rauskommt und dann starten wir mal richtig durch. Und da sehen wir das Gegenbeispiel, ne? So geht es auch. Nein, ist so. Das sind so die kleinen. Und Zwickau sagst du ja auch seit Wochen, die können nichts gewinnen heute und drehen einen Rückstand, ne? Also, wann haben wir denn einen Rückstand gedreht und ein Spiel gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr. So, und wie gesagt, Zwickau dann auch mit zwei Spielen weniger und drei Punkte mehr. Da fragst du dich, gegen wen sollst du gewinnen? Und du hast jetzt halt drei Heimspiele, ne? Du spielst gegen Meppen, gegen Magdeburg und gegen Rostock. Danach spielst du gegen Zwickau und gegen Lübeck. Ey, tut mir leid. Mir fällt da übrigens auch noch was ein. Weißt du eigentlich, jetzt mal eine Fun-Frage, so um das Thema also auch Fans einen SV-Metten-Podcast haben. Oh, nee, wusste ich nicht. Ja, ich habe letztens, nämlich, weil wir so oft darüber sprechen, habe ich geguckt. Wir können ja mal eins machen. Vielleicht, ich schreibe die einfach mal an. Ja, machen wir nächste Woche zusammen mit denen. Das wäre doch mal was. Ey, ich habe Zeit, ich habe Bock, ich wäre dabei. Ja, warum nicht? Also, mal eine andere Meinung. Vor allem zu hören, ich finde das gar nicht schlecht. Das wäre doch mal was. Also, auf beiden Plattformen kannst du es bringen. Warum denn nicht? Genau. Dann machen wir Wimpeltausch Featuring 1902 Featuring RWE Featuring SV Meppen. Featuring, das ist der Entfield. Ja, genau. Aber wir haben jetzt, aus den nächsten fünf Spielen haben wir vier Heimspiele. Und die Heimspiele sind Meppen, Magdeburg, Rostock und Lübeck. Ey, Leute. Ey, ich meine, Rostock ist nicht schlecht, aber Rostock ist auswärts auch nichts. Die holen, wenn, dann zu Hause ihre Punkte. Also, ey, Stefan, sag mir mal was. Wenn nicht diesen Monat, wann denn dann noch? Ja, aber was heißt das? Heißt das Punkt A? Gino, für Gino sind es jetzt die kommenden fünf Spiele als Wahrheit oder als verpuffte Luft, sag ich mal? Oder würdest du sagen, Punkt B, wenn das nicht funktioniert in den fünf Spielen, ich meine, dann bist du eh schon weg vom Fenster, dann kannst du auch so mit fliegenden Fahnen untergehen. Oder was machen wir denn dann? Ja, ich glaube, nichts schlimmer als der Abstieg, das hatten wir schon mal. Deswegen würdest du dann sagen, komm, dann muss ich jetzt an den Fall. Klar, also stell dir vor, du bist nach fünf Spieltagen immer noch letzter und hast vielleicht dann sogar schon sieben Punkte Rückstand irgendwie aufs retten Ufer und nicht mehr drei. Wobei wir haben ja, die Tabelle ist ja verfälscht, weil auf dem wir drei Punkte haben, dann hat er zwei Spiele weniger. Also stell dir das mal vor, du hast sieben, acht Punkte. Das sind drei Spiele, vier Spiele teilweise. Je nachdem, vielleicht sind es ja so nach zehn. So, und da musst du natürlich über den Alltag Gedanken machen, auch wenn du die bezahlen musst. Und ich meine, wir haben in unserem 2000er-Special, da haben wir schon drüber gesprochen und wird ja auch bald veröffentlicht, haben wir über den besten Punkteschnitt von Peter Neurore gesprochen. Ich will bestimmt jetzt nicht umsagen, Peter Neurore soll der Trainer werden, aber irgendwie traue ich es gerade jedem eher zu, als Gino Literi, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei der Aussage, die heute gekommen ist, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Ja, nur, wir haben ja auch schon wochenlang darüber gesprochen. Ich meine, sind wir jetzt auch keine Hellseher gewesen, dass das wahrscheinlich jetzt nicht die bessere Variante im Vergleich zu Thorsten Lieberknecht ist und welche Konsequenzen damit verbunden sind, denn, ich sage mal so, wenn Ivo ihn jetzt nach fünf Spielen absägt, jetzt in den kommenden fünf Spielen, ich meine, was ist das für ein Zeugnis für ihn auch selber? Auf der einen Seite natürlich ein Schuldeingeständnis, weil er nochmal versucht, nochmal das Ruder rumzureißen, denn wenn du überzeugt davon bist, dass es nicht mehr klappt, musst du die Reißleine ziehen und kannst ja dann nicht sagen, ja, wir ziehen das dann weiter durch, weil, guck mal, wie scheiße ich dann aussehe, weil nichts ist größer als der Verein. Nur, wir haben uns ja auch schon mal über die Kontrollfunktion über Ivo Grilic unterhalten, warum vielleicht aus dieser Schaltstation nicht irgendwas kommt. Das sind umgelegte Eier, wir schauen auf die nächsten Spiele und das ist das, was wir oft schon gesagt haben, wir haben auf jeden Fall nicht das Gefühl und es bleibt 2021 gleich, dass die handelnden Personen ja, alles im Griff haben. Also ich würde sagen, wir belassen uns jetzt dabei, wir hatten im November, da hattest du damals gesagt, der November, der wird trist, der wird hart, der wird schwer. Das war eine Katastrophe. Und wir können ja mal so betiteln und sagen, der Januar, das ist der Monat der Wahrheit. Bam, habe ich gerade auch gedacht, super Slogan, so kannst du vielleicht sogar die Sendung nennen, Folge 29, Januar, Monat der Wahrheit. Machen wir, machen wir doch, machen wir doch gleich. Das ist eine gute Geschichte, auf jeden Fall. Genau, ich habe jetzt hier noch zwei Dinge auf dem Zettel. Ich würde sagen, wie immer für dich die Legende behandeln, wenn du nichts dagegen hast. Da hast du natürlich wieder jemanden herausgesucht, der wunderbar hier gerade ins Thema passt. Denn, liebe Freunde, wir haben nicht nur die 90er Sendung mit dem Michael Höfgen, mit dem Wimpeltausch bei uns letzte Woche veröffentlicht. Also da, wie gesagt, mal reinhören. Viereinhalb Stunden hatte der Maik ja vorhin auch schon angedeutet oder angesprochen. Und wir haben aber auch eine Sendung aufgenommen jetzt vor ein paar Tagen und zwar zu den 2000ern. Und ich weiß gar nicht, was hatten wir da? Diesmal auf dem Jahr? das war ein bisschen länger. Also das müsste, fünf Stunden müsste es auf jeden Fall gewesen sein, ja. und unter anderem mit Geo Koch dabei. Mega. Ja. Wirklich, ohne zu übertreiben. Mega, echt. Also wer sich das nicht von euch anhört, sorry, liebe Leute, da seid ihr selber dann schuld, können wir auch nicht mehr helfen. Also mehr können wir jetzt hier nicht machen. Aber wir haben auch heute jemanden im Gepäck, der auch dort nicht zu kurz kam. Und zwar den guten Pavel. Richtig, Pavel Drisek. Der ewige Pavel. Heute 44 Jahre alt, mittlerweile. 1,92, Tscheche. Entweder bis in der Mittelstürmer oder Innenverteidiger. Er war natürlich Innenverteidiger. Hat von 1999 bis 2005 bei uns gespielt. Warum den? Es hatte jetzt keine Legende, irgendwie Geburtstag. Und wir hätten natürlich auch überlegen können, eine Legende nachzuholen, die wir vielleicht vergessen haben in der Hinrunde. Dazu muss man aber sagen, und seid mir da nicht böse, wer auch da irgendwie damit dann rechnet und sagt, ihr habt doch den vergessen. Die sind dann teilweise 1938 geboren oder so. Es ist dann auch die Frage, insofern das jetzt auch Sinn macht, dann über ihn zu sprechen. Dann habe ich mir gedacht, können wir doch lieber auch mal einen nehmen, der so ein bisschen eine Randfigur war, in Anführungsstrichen, weil er keine Legende war, der aber immer seine Leistung gebracht hat. Vor allen Dingen, der passt zu diesem 2000er-Special, was wir abgedreht haben, oder was wir abgedreht haben, was wir aufgenommen haben. Und der dann in unserer Zeit, Stefan, vor allen Dingen dann auch Protagonist war, klar in der zweiten Liga, aber dem haben es heute Stange gehalten hat über sechs Jahre. Und ich habe ihn immer vor allen Dingen als Mr. Zuverlässig empfunden. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir brauchen uns für unser eigenes Format hier nicht zu rechtfertigen, denn wir könnten uns natürlich wieder leicht machen und einfach die 30 Legenden da aus dem Stadion nehmen. Ich glaube, die kennt jeder oder sollte jeder größtenteils kennen. Und wir wollen natürlich jetzt auch mal die Randfiguren würdigen, so wie du es gerade gesagt hast. Und ich empfand auch Pavel Drissig ähnlich wie du als Mr. Zuverlässig und dass jemand auch zu der damaligen Zeit schon sechs Jahre bei Auf- oder bei Abstieg in dem Verein verweilt und bleibt, ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und für mich eigentlich ein wirklich mehr als solider Innenverteidiger auf dem Niveau, gerade wenn man bedenkt, Mike, du wirst es ja noch in Erinnerung haben, die Anfang 2000er, die waren ja wirklich sehr, sehr harte Kost. Das heißt, er ist angefangen mit dem Abstieg 2000 und dann gerade das erste und das zweite und das dritte Jahr danach, boah, liebe Leute, hört auf jeden Fall mal rein, vor vier, fünftausend Zuschauer zu Hause gegen Lokomotive, Barfuß, Jerusalem, ey, ganz üble Kiste und wenn dann jemand noch dabei ist und nach dem Motto, hör mal lieber Pavel, im Moment gerade alles Kacke, nächstes Jahr wird besser, besser, besser und er ist dann nächstes Jahr immer noch da und dann verlierst du zu Hause 4-1 gegen Aalen. Gegen Reutling oder sowas? Gegen Aalen. Ja, gegen Aalen, ja, haben wir verloren, ne? Ja. Alter, gegen Aalen oder gegen Reutling oder gegen Babelsberg oder sowas. Da muss schon hartes Kostüm haben und ich glaube, der Pavel, der ist so ein Eisblock, der hat da einfach gesagt, wisst ihr was, Leute, ihr kriegt mich hier nicht weg, ihr kriegt mich hier nicht weg, mir kann das nichts anhaben, wir können ruhig gegen Jerusalem spielen und 35-0 verlieren, ich bleib hier dabei, ich bin der Baum, ich bin die Axt im Walde und nein, was soll ich dir sagen? Auf der anderen Seite, lest doch mal vor, von welchem Verein er damals kam, bitte. Ja, erstmal, die Probleme hätten wir heute gerne, ne? Ich hätte von mir aus gerne so ein tristes Zweitliga-Jahr auf Platz 11, hey, das würde ich sofort nehmen. Er ist gekommen, 1999, mit dem Alter von 23, vom tschechischen Erstligisten, ja, Schimmel Blazni oder Schimmel Blazani, Blazani, glaube ich, oder Blazani. Ich habe die auf jeden Fall gegoogelt, die haben noch bis Mitte der 2000er Jahre, 2007 oder 2008 oder so, noch in der ersten Liga gespielt und sind abgestiegen und kamen dann auch nie wieder hoch, also ein Randverein in der Tschechei und haben wir für 300.000 Euro verpflichtet, hat also von 23 bis 29, sag ich mal, im vernünftigen, guten Fußballalter bei uns gespielt, ist danach nochmal zum Vorfeld Bochum gegangen, hat dann auch nochmal seine Karriere dort fortgesetzt, zum Schluss bei einigen tschechischen Vereinen noch unter Vertrag gewesen, im Anschluss sofort eigentlich eine Co-Trainer-Laufbahn eingestellt oder eingeleitet, FK Teplitsche kennt man zumindest, also wenn jetzt Leute, muss man jetzt nicht auf dem Radar haben, aber hat man schon mal gehört, die haben auch schon mal international gespielt, Stefan nickt sehr gut, ist aber seit September diesen Jahres, seit November diesen letzten Jahres, sorry, ist er ohne Job, also gekündigt worden, ey ganz ehrlich, Trainerjob in Duisburg ist überall frei. Ich wollte gerade sagen, also er könnte ja schon mal eine Bewerbung abschicken, ich glaube Ibo, Ibo sag ich schon, Ibo Profil, genau, Ibo ist im Moment nicht empfänglich dafür und wir haben ja auch vom Peter Monhaupt gehört, er hat manchmal Schwierigkeiten mit seinem Handy, wenn er Markus Krebs erreichen will, deswegen würde ich sagen, Pavel, schick doch einfach die Bewerbung an uns beide hier, wir werden die prüfen, wir werden die dann gegebenenfalls an unsere Personalberaterin weitergeben, könnte ich mir aber vorstellen, wenn jetzt gerade kein Cheftrainer postenfrei ist, Mike, wir könnten ihm ja auch noch einen Co-Trainer irgendwie anbieten für irgendwelche Analysen der Damenmannschaften oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, bei denen läuft es auch richtig gut, wenn ich richtig informiert bin, nageln mich nicht fest, haben die MSV-Frauen noch gar kein Ligaspiel gewonnen. Genau, die stecken auch zusätzlich im Abstiegskampf mit dem SV Meppen, da sind wir wieder, so schließt sich der Kreis. Schau mal auf, ey. Weißt du, kennst du, der Kleis, der Kleis. Der Kleis, ja, ich glaube, die haben 0-0 gegen die gespielt oder so, ich weiß es nicht. Also, Pavel Drissik hat eine Sache richtig gemacht, der ist 2004-05 mit MSV aufgestiegen, hat sich gedacht, boah, wisst ihr was, ich bin im MSV abgestiegen im ersten Jahr, ne, tue ich mir nicht an. Ich verpiss mich mal lieber schnell wieder. Ich gehe zum VfL Bochum in der zweiten Liga, um, weißt du was, um nochmal aufzusteigen. Er hat einfach mal zwei Jahre Halligalli Vorwärts-Rückwärts mitgemacht, das ist natürlich auch schön, so Simon Terrode-Style, du bist aus der ersten Liga nie wirklich abgestiegen und aus der zweiten Liga vier, fünfmal aufgestiegen, da hast du auf jeden Fall schöne Zeiten und schöne Party-Stories. Ja, genau, das ist bestimmt nicht so eine richtige Party-Sau, der Pavel, ne, der holt sich für in Tschechien, weißt du, genau, wir hatten gestern Abend ja den Kegelabend, ne, weißt du eigentlich, dass die Tschechen, jetzt werde ich dir ja sagen, den meisten Bierkonsum haben? Ähm, wusste ich nicht, aber gut, ich meine, man kennt ja auch Viktoria Pilsen beispielsweise, also Pilsen, die Stadt, so, da kommt ihr auch schon mal, ne, dann Budweiser, meine ich, ist auch tschechisches Bier, ne? Genau, wir haben nämlich gestern, wir haben nämlich gestern mit Millionär gespielt, dann waren zur Auswahl, war England. Also sag am besten mal, dass ihr geskypt habt, ne, bevor ihr irgendeiner Corona-Verdächtiger dich noch anzeigt oder so, ne? Also die haben, die haben eine Kegel-Party via Skype gemacht, die haben sich also quasi in ihrem Wohnzimmer jeder selber besoffen. Finde ich aber geil. Genau, genau, und was soll ich dir sagen, ging bis 4 Uhr nachts heute Morgen, ich habe hier fast die Hütte abgerissen. Weißt du eigentlich, dass du mir ein Foto geschickt hast um halb 5? Ach, bis halb 5 ging es sogar, ja. Ja, um 4.30 Uhr hast du mir ein Foto geschickt. Ich meine, ich habe gepennt, glücklicherweise, aber du hast mir ein Foto geschickt, ja. Ne, ich habe ja gedacht, du bist schon wieder wach, weil wegen deiner Tochter, du bist ja in der Frühaufsteher, der frühe Vogel. 6.30 Uhr, 6.30 Uhr, alles gut. Ja, hätte ich da eigentlich noch durchziehen müssen. Ne, und ja, haben wir, wer wird Millionär gespielt unter anderem, dann kam diese Frage und deswegen hatte ich auch gestern Abend dieses dünne Höschen und gefragt, wer ist von euch noch erreichbar oder wach? Denn ich habe Marlon dann als Telefonjoker angerufen bei einer Frage. Frag mich jetzt bitte nicht mehr die Frage, auf jeden Fall bei der anderen, bei der Bierfrage, um jetzt auf den Punkt zu kommen, war England vorgegeben, Deutschland, also England und Deutschland natürlich als Falle in dem Fall. Klar. Und dann war noch irgendwie keine Ahnung was und es war definitiv Tschechien und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte auch zu Tschechien schon tendiert, weil ich wusste, hör mal, England ist ja so, so logisch, also das alle nehmen und das ist ja so offensichtlich, dass das schon wieder nicht ist, denn das war jetzt nicht die 50-Euro-Frage, ich glaube, wir waren da schon wieder bei 4.000 oder weiß ich, was das war und keine Ahnung, also dass die Tschechen da so einen reinkloppen, also der Pavel, der wird da ordentlich zugelangt haben. Der wird trinkfest sein, ja. Der wird auf jeden Fall trinkfest sein und ich würde sagen, können wir dann auch dabei belassen und schauen mal, wen du dann nächste Woche dabei hast. Aufruf an die, oder ja, Anmerkungen an dieser Stelle, bitte, wir haben jetzt dann jetzt am kommenden Wochenende das Spiel zu Hause gegen Meppen und dann, danach haben wir noch ein Wochenspiel, glaube ich, zu Hause gegen Magdeburg. Ja, dann spielen wir zu Hause gegen Magdeburg, genau in der Woche. Was hättest du davon? Da könnten wir mal wieder so eine Live-Geschichte machen. klar. kündigen wir jetzt schon mal an, damit ihr Bescheid wisst. Dann kommenden, also übernächsten Mittwoch, dann, ich denke mal, 21.30 Uhr, Viertel nach neun, irgendwie so weit um die Richtung. Ihr werdet informiert, auf jeden Fall, gibt es dann wieder uns beide live. Ja, wir haben es angesprochen, ganz am Anfang der Sendung. Jetzt kommen wir noch zu einem Höhepunkt für all unsere Zuhörer, für alle unsere User, denn es gibt demnächst nachträgliche Weihnachtsgeschenke und zwar nach dem kommenden Spieltag. Es ist nur noch ein Spieltag, lieber Maik. Dann stellen wir die Uhren wieder auf Null bei unserem großen Kick-Tipp-Gewinnspiel. Und unter der Woche haben wir noch ein paar Nachholspiele, ne? Die sind ja auch noch. Also die können auch noch mal kriegsentscheidend sein. Dienstag, Mittwoch sind ja noch ein paar Nachholspiele, die dann vielleicht noch mal das Zunglein an der Waage sein könnten. Genau, genau, genau. Ich würde sagen, bevor wir noch mal auf die Top Ten zu sprechen kommen, beziehungsweise auch auf die Preise, wir können sie ja heute mal verkünden, denn ich habe gestern Abend bei meinem Kumpel, dem Kellerkind, nochmal ein Joypad abgeholt, um FIFA 21 spielen zu können und habe ihm gesagt, Junge, hör gut zu, du weißt noch nicht, was du gewinnst. Wusste er angeblich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich ihm das noch nie im satten Kopf gesagt habe. Wir können ja heute mal verkünden, was es gibt, wenn du nichts dagegen hast. Ja, dann schieß los. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Wenn wir da oben sind, wollen die Spannung noch ein wenig aufbauen. Also wir haben auf jeden Fall ein paar neue User. Das hört nicht auf. Ich glaube, wir haben jetzt 86, sind wir mittlerweile. Da sind noch mal welche dazugekommen. Hier, mein, ja gut, mein Jarrag war letztes Mal schon, der hat aber nicht getippt. Aber LXNX1902, den kannte ich jetzt noch nicht. Johanser Sarpay, oder war der auch schon dabei? Der war schon dabei. Der war schon dabei. LXNX1902. Ich glaube hier Tom249 ist auch neu. Timmy, Timmy, kenne ich auch nicht, glaube ich. Ja, muss aber auch, weil 10 Punkte und er hat 10 diesen Spieltag geholt. Genauso wie Pokalheld75, gefällt mir ganz gut, wird wahrscheinlich 75er jagen sein. Ja, also man sieht, also richtig geil. Also wir wären, denke ich mal, der Didi Hirsch, der hat ja auch angekündigt, ab der Rückrunde mitmachen zu wollen. Oder ist der Didi der Zebrajäger 1907? Er wird wahrscheinlich irgendein Essener sein. Der Didi ist der Zebrajäger. Aber Zebrajäger 1907 ist wahrscheinlich irgendein Essener. Der geilt sich doch daran schon auf, dass die nächstes der dritte Liga spielen und wir vielleicht Regionalliga. Mega. Und dann versuche ich auch mal Aber gefällt mir gut der Name dann. Versuche ich mal noch die Kollegen vom Audiobeweis dazu zu bekommen. Guck mal, wer ist denn Posse Bär? Der ist doch auch neu, oder? Wo ist der? Ah, 76. Genau, der hat einfach direkt auf Platz 76. Posse. Ja. Ja, Posse Bär. Der hat direkt 14 Punkte gemacht. Einmal gespielt, 14 Punkte. Du bist immer besser als ich. Hooligan Nummer 8. Auf jeden Fall auf Platz 72 ist natürlich was für mich und auch für dich natürlich die Nathalie. Also wir behaupten ja immer hier wieder, dass wir keine Mädels am Start haben. Finde ich aber gut. Ja. Finde ich super. Pass auf, das ist jetzt ein Aufruf. An die Nathalie. Du musst natürlich die Sendung jetzt in dem Fall bis zum Schluss hören. Also hoffentlich bist du jetzt noch dran. Wir nehmen dich auch mal mit in die Sendung. Ich möchte mal die Nathalie einladen. Mal ein Mädel hier in die Rundschau mit einnehmen. Gucken, wie die das Ganze so beim MSV so wahrnimmt. Um wen es sich da handelt. Wie sie zum MSV gekommen ist. Ich glaube, das ist mal ganz spannend. Einfach mal einen anderen Tenor hier reinzubekommen als uns bei Annir. Oder? Ich sage mal, wenn du ein Typ bist, dann melde dich da nicht. Weil dann ist es vielleicht nicht mehr so cool. Aber von mir aus, schreib uns. Also ich bin auch dabei. Warum nicht? Also mal ein bisschen feminines Blut reinkriegen. Vielleicht wäscht ihr uns beide noch mal den Kopf. Und ja, dann kommt ein besseres bei rum. Ich sehe gerade, um Platz 66, der Audiobeweis. Natürlich machen die Kollegen schon mit. Die haben sogar getippt. Die haben sogar getippt. Das ist doch nicht der erste Spieltag, wo die mitmachen, ne? Ne, ne. Schon öfter hier. Die sind schon öfter am Start. Gucken wir aber mal schnell weiter. Ich finde zum Beispiel, der Köpi-Trinker 02, neun Plätze hoch, insgesamt 19 starke Punkte geholt, auf Platz 63 mittlerweile. Finde ich echt top. Hat er gut gemacht. Ja, aber der Audiobeweis hat gegen MSV getippt. Schweine. Ja, gut. Aber die haben halt Ahnung. Die waren realistisch, ne? Dann hat der Lötti auf Platz 57 19 Punkte. Schöne Grüße, Lötti. Lötti, super, super. Tetra Pak Jung, 50, auch 15 Punkte geholt, auch nicht schlecht. Und dann gucken wir mal in unsere Region, Mike. Ja, meine ist ziemlich weit hinten. Ja. Was haben wir hier so um Platz 40? Schau gerade mal rein. Ist vielleicht irgendjemand auch komplett runtergegangen. Ja, der Jona, der hat vergessen zu tippen. Was ist los, Junge? Einfach nur gepennt oder irgendwo im Urlaub? Er war am Anfang auch ganz aktiv mit Kommentaren. Da kommt auch weniger. Der resigniert am MSV und an seinem Punktestand. Da weiß man auch nicht, was ist schlimmer, ne? Jona, deine eigene Tippleistung oder die Spielweise der MSV? Das weiß man nicht. Wahrscheinlich steckt der nur noch, nachdem der die MSV-Spiele jedes Wochenende sieht, nur noch bei Call of Duty fest. Um es ja ein wenig abzulenken. Keine Ahnung. Pyjama hält sieben Plätze hoch auf Platz 35. Dann haben wir den André SVW. Ja. Leider neun Plätze runter. Nur zwei Punkte geholt hat es gegeben. Und die bei Ingolstadt gegen Duisburg, ne? Ja. Also die beiden sicheren Punkte hat er eingeplant. Dann haben wir den Bon Schlonzo, der ist sechs hoch. Mich möchte ich nicht erwähnen. Kohn 21 ist sieben Plätze runter. Und dann wird es interessant, lieber Mike. Wir gucken mal in die Top 20 rein. Der Marcel Juas ist sechs Plätze runter. Dann haben wir den Janus, 85, mit 18 Punkten, sieben Plätze hoch auf Platz 14. Und jetzt zu dem Torben, der uns hier auch jede Woche hört. Bannerlöwe, 97, sechs Plätze hoch auf Platz 11 mit 17 starken, guten Punkten. Und dann sind wir in der Top 10. Der Kalypso auf Platz 9, geteilt mit dem Kloot, 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 Rudolf, Kloot, auf Platz 9 geteilt. Hegebusch auf Platz 8. Der Lattschuss, 19,02, ein Platz runter auf Platz 7. Der Obi, 84, ein Platz runter auf Platz 6. Und die Top 5, wie sollte es auch anders sein? Ich fange jetzt wieder so an. Dein Kumpel der Sonne, zwei Plätze hoch, 17 gute Punkte. Aber mit Blick aus Tableau sind 17 Punkte, jetzt wo du um die Wurst geht. Ja. Schon fast zu wenig, ehrlich gesagt. Ja, leider. Boah, hab ich mir gönnt, ey. 17 Points, Alter, Digga, was geht. Denn die nächsten drei bauen richtig Druck noch mal vom letzten Spieltag auf. Und das haben wir immer wieder gesagt. Denn wenn man meint, so 10, 12 Punkte sind gut. Ja, klar, die sind ordentlich. Im Schnitt sind die wahrscheinlich auch gut. Aber jetzt, wo es um die Wurst geht, der Torbinio, ein Platz runter, müsst ihr euch überlegen, mit 21 Punkten, weil das Killerzebra 90 sich einen Punkt mehr ergaunert hat. 22 Punkte, Spieltagssieger, herzlichen Glückwunsch. Und, was wichtig ist, Tendenz noch nach oben. Denn Nils OL 1902 hat in Anführungsstrichen leider nur 16 Punkte geholt, 190. Und das Kellerkind, wie soll das anderes sein, nach wie vor auf Platz 1, aber ein wenig Abstand eingebüßt, denn er hat 200 Punkte, zweiter Platzierter 190, dritter und vierter 189. Also, Mike, es ist ein wenig enger geworden. Auf jeden Fall. Wenn ich so Leute sehe, die dann 22 Punkte gemacht haben, wie Killerzebra, dann gucke ich immer so ein bisschen rein, was sie so getippt haben. Und dann denke ich mir, da trifft das heimschwächste Team, Zwickau auf Lübeck, und dann ist ja klar, dass Zwickau gewinnt. Dann tippt er natürlich auf Zwickau. Und bei Kaiserslautern gegen Victor, Glückwunsch, ihr macht das richtig gut. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich würde gerne noch meinen Trauzeugen hier im TT beglückwünschen, der es in den Top 20 geschafft hat, das erste Mal. Du hast einfach mal konstant 30 Punkte mehr als ich. Glückwunsch dazu, Platz 19. Ja, da sieht man mal, wer hier wirklich die Ahnung hat. Deswegen haben wir ja auch in der Silvestergala unsere Fans hier mal dazugenommen. Jetzt gerade die Einladung, die Einladung an Nathalie ausgesprochen. Aber auch natürlich angekündigt, dass unter anderem Peter Kötzler demnächst mal hier zu Gast sein wird. Didi Schacht wird hier sein. Das heißt, in den nächsten Wochen werden wir euch weitere Gäste hier präsentieren. Wir sind gerade dabei, Sondierungsgespräche, wie der Ivo jetzt sagen würde, zu führen. Ja, oder wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Wir führen gute Gespräche. Wir führen gerade mit potenziellen neuen Leuten Gespräche im Hintergrund und zaubern da was Schönes für euch auf die, aufs Parkett würde man beim Handball, der Uwe Gänzheimer, der würde sagen, aufs Parkett. Nein, so viel dazu an dieser Stelle und Mike. Du wolltest noch die Preise, glaube ich, sagen. Ah, genau. Ach, die hätte ich schon fast vergessen. Ja, es wird ein wenig spannend jetzt gerade, denn Platz 2 und 3 darf sich ein wenig im Zebra-Shop austoben. Die Wertstufen dahinter verhandle ich gerade mit Mike. Platz 2 und 3, also dementsprechend Gutschein aus dem Zebra-Shop und was sollen wir anders sagen, Platz 1 hat uns Dietmar Hirsch vermittelt, ist ein Trikot von unserer Nummer 4, dem Dominik Volkmar mit allen Unterschriften der MSV-Spieler. Jetzt kann der eine oder andere sagen, bah, das ist ja mega geil und der eine oder andere sagen, bah, genau dieses Abstiegstrikot habe ich mir schon immer gewünscht. Hoffen wir mal nicht. Wir drücken die Daumen, wir sind guten Mutes und denken trotzdem, vielen Dank, lieber Dietmar, auch Dominik, ist ein geiler Preis für alle die, die jetzt hier mitmachen und einfach just for fun mit uns tippen und hier, glaube ich, immer eine ganz gute Plattform bekommen. Ja, also wenn es wirklich so war, dass Dietmar Hirsch, sag ich mal, Dominik angesprochen hat, die haben ja eine Verbindung aus Oldenburger Zeiten beziehungsweise wer ja unser Podcast damals mit dir gehört hat, weiß das ja und dass dann auch die Jungs alle unterschrieben haben, dann werden sie ja zumindest den Grund auch erfahren haben, warum sie unterschrieben haben. Also es gibt sicherlich auch einen, der vielleicht einfach irgendwo auf dem Trick unterschrieben hat, aber vielleicht fragen auch ein paar nach und Dominik Volkmann wird es ja auch wissen, von daher finde ich das von der Akzeptanz ja schon mal ganz gut, dass die dann da auch alle unterschreiben, denn wir fänden nichts geiler, uns hier gegenseitig einen von der Palme zu wedeln, wenn wir ja jeden Wochenende gewinnen würden und würden uns komplett wegfeiern. Deswegen Hut ab und Chapeau, danke dafür und naja, besser als das wäre, wenn ihr mal ein paar Spiele gewinnt. Ähnlich war es ja auch beim Gino, als er den Vertrag unterschrieben hat. Der Ivo hat ihm einfach ein Stück Zettel oder ein Stück Papier hingelegt und gesagt, hier, unterschreib einfach mal, du Blödmann und hat er einfach gemacht. Es gibt doch irgendeine legendäre Story von irgendwelchen berühmten Trainern, da fällt mir aber leider nicht mehr ein, wo du an der Theke haben sie doch hier auf so einen Bierdeckel irgendwie unterschrieben, bla bla, da da hinkommst, aber ist egal. Wahrscheinlich so was, so ein Untersetzer da irgendwo hingesetzt und draufgeschrieben. dieses Kapitel oder dieses Buch und würde sagen, also was mir jetzt zum Beispiel gerade extremst aufgefallen ist, ich hatte, wenn ich ehrlich bin, gerade richtig Motivationsprobleme, hier diese Sendung im Vorfeld mit dir aufzunehmen. Aber jetzt geht's, ne? Jetzt geht's, ne? Bei mir auch. Wenn man darüber spricht und wenn man den Schmerz mit Leuten teilt, die man gut leiden kann, dann ist es einfacher und ich würde sagen, mit dem Gefühl kann ich heute Abend besser schlafen. Wir werden dann dementsprechend Montagmorgen zu hören sein, überall, wo es Podcasts gibt. Bitte abonniert unsere Kanäle bei Facebook, Instagram, YouTube und so weiter. Vielen Dank dafür. Kommentieren, bitte nicht vergessen. Liken, auf keinen Fall vergessen. Anmelden bei Kicktipp und, ganz wichtig, bitte auch den letzten Spieltag alle, alle tippen, denn dann geht's um die Wurst und dann werden hier die Preise verteilt. Also von daher bitte Erinnerungen einstellen, nicht vergessen, so wie ich am Freitag mal wieder das Spiel vergessen habe. Also ganz, ganz wichtig. Ja, wolltest du noch was? Ne, ist übrigens lustig, dass Kellerkind als Erster das MSV-Spiel vergessen hat, hab ich gerade gesehen. Was war denn da los? Der hat das MSV-Spiel nicht gezippt. Ja, muss mal reingucken. Der hat das MSV-Spiel nicht gezippt. Keine Ahnung, warum er das jetzt gemacht hat, ob er da irgendwie, ne. Vielleicht war da Taktik, er wollte die anderen jetzt ein bisschen herankommen lassen, nur um dann von hinten zuzustechen, so nach dem Motto. Ich verstehe nicht, warum man dann sowieso, warum man den Freitag und Samstag tippt und den Sonntag dann nicht. Zumal, wenn du mal die Oberen dir anguckst, das sind ja dann eigentlich, also ich meine, wir sind ja MSV-Fans und viele Optimisten, aber das sind ja so in der allgemeinen Welt da draußen, sind das ja sichere Punkte gewesen normalerweise, ne. Also hättest du jetzt irgendeinen Blinden tippen lassen, der hätte immer safe, ne. Aber muss er mit sich selber ausmachen, lieber Patrick, an dieser Stelle sein Name, ich löse das gerade auch mal auf, bitte auch den MSV tippen, denn so machst du dir dein ganzes Ding kaputt. An dieser Stelle, wie gesagt, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es dann schon mit der 30. Ausgabe weitergeht. Dort dann vielleicht mit einem Gast, danach die Woche, mittwochs dann zu Hause gegen Magdeburg im Livestream. Ich würde sagen, diese Therapie hat mir sehr gut geholfen. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wieder bei Mike für die Expertise, für das Fachwissen. Sind wir ganz gut durchgekommen mit den 30 Minuten, die ich am Anfang so angeraubt habe, sind wir nicht ganz weit gekommen. Kein Thema. Passt schon soweit ganz gut. Und würde sagen, liebe Leute, kommt gut in die Woche. Bleibt gesund, bleibt safe. Also aktuell immer noch ein bisschen alles unruhig da draußen. Das Wichtigste, dass ihr da bei Laune bleibt und gesund bleibt, gerade auch, wenn es jetzt ein bisschen schwierig ist mit dem MSV. Wir drücken trotzdem die Daumen. Jede Woche, wir supporten hier. Wir möchten über Siege sprechen und wir glauben mal, dass das gegen den SV Meppen funktioniert. Wenn nicht, werden wir uns dann im SV Meppen Podcast platzieren und dementsprechend mal Dampf ablassen, aber das wird da nicht dazukommen. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt sauber. Wir hören uns mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao. Ja, an die Tippgemeinde, die noch was gewinnen kann, denkt dran, nicht nur in 19 Spielen zu tippen, sondern auch nochmal vielleicht die Tipps zu gucken, Mannschaften, die Spiele, die unter der Woche stattfinden. Bei dir, Stefan, möchte ich mich bedanken. Du hast es wieder super geil durch die Sendung geführt, sogar mit weniger Vorbereitung als sonst, wo ich immer sage, ey, aus dem Stehgreif machst du das auch. Hast du heute super unter Beweis gestellt. An alle da draußen, behalte einen kühlen Kopf. Man kriegt natürlich, wir sind kein Corona-Podcast, wir kriegen natürlich da einiges mit und die Stimmung schwankt natürlich auch ein bisschen. Bleibt easy in der Birne, macht das Beste draus. Eine schöne Woche und dann müssen wir den Thorsten Frings rasieren. Anders weiß ich nicht mehr. Ciao, Männer. Untertitelung im Auftrag des ZDF,